Heute, ich weiß gar nicht mehr, ich hab nicht mitgezählt. Denkst Runde Arc. Ein Ritter live stream. Ritter. Äh, keine Ahnung was wir machen wollen. 10 bestimmt, irgendwas, ich hab grad keine Ahnung. Ich will eigentlich grad nur Betäubungsfälle bauen. Fangen wir mal an damit. 87 reichen das mal. Darf ich mitmachen? Ey! Na, wie geht's? Wir haben einen Kandidaten wieder abgestattet. So, ein Dreingang herz. So. Ähm... Das braucht den Biber hier schnell raus. Ja, genau. Wo ist der Biber? Oh, ich bin wieder da. Hm? So, das ist... Ich brauche nicht. Oder kann einer mich für mich einladen? Was ist denn reingekommen? Ähm... Ich komm schon. Und es ist ja immer, welche schweren Sachen, weil ich bin gerade übergemischt. 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 Da bin ich ja Biber. 50. So ein Zähm? Ja. Wo ist denn? Ja, wie ist denn? Ja, wie ist denn? Wie ist denn? Hat das denn? Ja, wie ist denn? Da hinten. Hier vorne ist so ein Biberbaum. Ich bin ja extra weit Sachen rausgenommen. Ich will ich zählen, wenn ich war. Au, 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 au. Quantiabon, warte? Wir haben eh schon fast alle Tiere. Wir müssen ja... Nein, habe ich. Ha! Höhle mir. Au, der Ballkrieg. Danke. Oh, Lott. Ey, wir müssen ja alle Tiere auf... Äh... Alisaure, Rags drauf. Danke. Ich brauche, glaube ich, keine Bären. Doch, da ist ein Mensch über den Gurt. Äh, warte mal, der isst doch Pilze, ne? Warum fragst du ja? Ich glaube schon. Egal. Das ist aber Bären nicht mehr. So. Ich würde aber sagen, dass ich das vielleicht auch erst mal kurz in Schneebi umgegen und da kurz Materie könnte schnell für Pelz. Das brauchen wir auch auf jeden Fall auch mal. Hier liegt auch schon wieder ein Petri-Ei. Komm nicht her. Ich habe das nicht auch noch gelegt, äh, Runde gestellt. Was meine? Ey, ihr liebt ihn auch nicht. Wenn ein Vogel irgendwelches, irgendwelchen Dino mitnehmen. Was? Ein... Diesen Flug, die... Also diesen Vogel da ein Dino mitnehmen. Warum? Weil ich setze mich auf diesen Dino drauf und ich kann dann auch mit... Wer töten darf welche? Du, ich war in Berlin, hat meine Gasmaske geklauft. Kann er das oder nicht? Hä, was meinst du jetzt? Hä, was verstehe ich? Bisschen Narkotik, warum frisst er erst mal los? Aber da kann ich... Welchen Level ist er jetzt? War es? Und vorher war er? 68. 106. 106. Ja, wo wir gefunden haben, war Level 68. War. Und Karlsruhe ist fast gestorben, weil nämlich noch 3, 2 Drecks noch gekommen sind. Nur einer hat mich aber nur gebissen. Ja, der 2, der 2, der 2, der 1. Ach, du hab ich auch klein gestillt, du da weißt. Nee. Das ist Drecks, wie man da hier. Ey, hast du mir gar keine Narkose mit dir übrig gelassen, Arschloch? Dann stell dir doch halt mal selbstfälliges her. Tu mir doch mal, das ist ein bisschen was mit dem Reichs. Ich hab 30 noch für dich. 32. Dann geht mal wieder. Dann können wir gleich mal 10 gehen. Unter dir. Gewicht brauche ich noch. Ich will doch erst mal sagen, dass wir jetzt erstmal konzentrieren umgeben. Ich hab nicht viel Holzleder-Strahl. Ich glaube, dafür nehme ich noch den Ding. Alles ohne Tick raus. Hallo, Manni. So. Wer hat eigentlich hier jetzt gebaut? Wo? Das ist die komische Holzbude. Keine Ahnung. Ja. Scheiße, es ist ab, weil es melde sich hier keine. Ich? Die komische Holzbude hier drüben. Welche Idee neben... Nee, nicht die, die hier drüben. Auf deiner Seite. Sie hat alles geguckt. Keine Ahnung. Das ist von Existenz Gaming. Stamm. Ja, Stamm. Ja, Stamm. Aber ich von mir. Naja. Hab gedacht, weil ich mich auch ein bisschen abreißen. Ja, nee, nur mit. Spaß. Jeder möchte das abreißen. Wann mal, Floor. Ich gehe gleich mit dem Petri noch los. Ja, okay. Jetzt bin ich zu sehr übergewünscht. Also, ich brauche jetzt erstmal schnell kurz ein bisschen Leder. Dann kommen wir los mit dem. Ah, ich brauche noch ein bisschen Akkorde, bitte dann. Ich habe nicht mehr viel. Das meiste, ich habe eigentlich fast alles für den Rektor zu gehen. Wils, Narkotik, dann geh halt kurz mit dem Schalke oder so fahren. Ich habe ja genug Tiere. Ich habe ja genug Tiere dafür. Ja. Dann wird er öffnet. Äh, und. Mit dem schon. Lachen, Schalke oder so. du hast du hast euch zuschauer 2 scheiße mein erstes club abgekackt ja mein erstes abgekackt meiner ist noch ob der noch da ist oder ob das kommt komplett weg ist nee das ist noch gut zum glück auch scheiße hat einen fehler am internet gleich einmal nur in jeff 1 rein der narko bär ein pferd wir werden fahrzehnen wenn du willst ich hab doch eine halbe stunde nein ich erzähle mich so da musst du dich ganz schlecht und werden geben werden geben dann auf reiten bitte nicht näher da musste es sein ja was los flo baust du wieder ab bitte die bleibt aber da oben stehen ja ich habe verstehen ich habe diese scheiße teile ja die blätter wixen aufstehen ab mir schnell wie er mir kommt und dafür ich habe die resistenz 24 noch mal in der schweiz stream da geht noch und man das ist ein dreck aber was mein peter zu hat er immer noch kein sattel muss ich jetzt nehmen doch an den agenten ist eben doch warum aber der kann der kann auch üblich tragen ich habe sagen ich habe nicht höchst mal peter als höchstmann peter sonst weiß ich nicht rechte der erzieben keratin nach schluss reich nicht und er will ab mal steht weil ich gehe ich gehe kurz vor ich kann ja fliegen ich glaube ich war zu schnell im wasser wenn du jetzt an der borne ist deine schuld und wenn der kran ist auch eine schuld mir egal war eh deiner und da du kommst du nicht mal oder wie ist es aus Ja, kannst du auch jemanden fertig haben? Wir sind nett. Wie? Na, auch euer Hubert. Hat jemand einen Fisch oder du bist? Warum nicht sicher? Ja, wegen Partnern. Bist du am Bus zweimal hin und dann fertig? Oder wie? Aber ich würde dann Bärchen da noch mitnehmen und nicht mehr. Ja, ich hab... Ich hab... Nee, so nicht. So, so... Vielleicht gibt's was ein. So? Ja. Warte, 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 warte. Im roten Sattel gemacht. So was abändern. Jetzt kommt's mal. Wie geht's hier? Das meine. Jetzt. Du, wie findest du in der Sattel? Ich hab's schwarz gemacht. Ja, das meins. Soll ich den Blau-Schwarz machen? Nein, schon okay, schon okay. Ich kann... ich kann... ich kann das selbst machen. Ach, du bist du da nachfragen. Deswegen habe ich jetzt kaum was im Winter. Ich kann mal was erkennt. Erstens, Kristall der Baustein. Zweifel ist Zagge-Frauch. Okay, das kann ich gebrauchen. Komm, wenn ich wegschmeißen kann, tolle ich gar nicht. Ich hab's eigentlich nur vier, was ich wegschmeißen kann und was eigentlich nur an die Sicht nimmt. Oh, danke für dich, der Zacker. Oh, danke für die Axt. Okay. Okay. Warte. Ich baue noch einmal, guck ich den Baum ab, damit ich noch ein bisschen leveln, mein Pferd. Warte, warum krieg ich keinen Level ab, sonst levelt man die doch immer damit. Warte nicht. Was? War das nicht so? Wenn man Bäume abgebaut hat, dann hat man noch Level zu bekommen. Egal. Kann man losgehen. Oh, hier sind Sprühe gebaut. Keine Ahnung. Komm zu mir. Gut. Ich komme zu Manuel. Oh, und wie geht's dir? Nein, muss man sehen, wir haben ein bisschen. Oder kannst du mal kurz vielleicht ein Sheet eingehen, damit mein Dino so ein Level hat? Nein. Oh, Mann. Und, und, wie geht's dir, Manuel? Äh, ganz gut momentan. Wir machen gar nichts, wir stalken dich jetzt nur. Hi. Kann ich da mal bitte durch oder stalken? Nein. Okay. Wir fressen dich. Spiel. Komm, komm mit in die Ecke. Komm, komm, komm. Komm mit in die Ecke rein. Okay. Nein. Komm in die Maunel mit, oder? Mann, die... Ja, wir grabben. Komm in die mit, komm. Nee. So viel spiel ich nicht. Ich gucke, ob ich auch nicht die Killen kann, um zu leveln. Ich gucke, ob ich mich so zu fies. Oh, meiner ist total unbelevit. Warte, um, sei noch. Ja, ich hätte gerade ein Viehchen bei mir. 112er Pferd, ach du Scheiße. Ach, du Kacke. Und mein Ding hat kaum noch Stamina. Pferd, mein Pferd, level up, aber ich nicht, ne? Und was? Wo kommst du? Warte, ich hab mein Pferd gerade auf aggressiv gestellt, er soll den, äh, Stegung umbringen. Sieht voll schön aus. Lass mal ja meinen Pferd, soll den umbringen, damit der level ist. Siebenhundert Schaden, alter Scheiße. Ey, ey, hinter diesem Pferd, ne? Nur so, das Info. Ah, ich hab auch unbelekt. Trinken, Pferd nicht auch, äh, Pferd, oder wie? Pferd, ne? Nein. Ja, 46 Pferd, okay. Dank für den zweiten Zuschauer, dankeschön. Hä, wo ist mein Dino? Flo, wo bist du, Flo, wo bist du überhaupt? Warte, bist du. Greif dir das Ding immer noch an. Komm, Pferd, mach es jetzt, komm, Pferd. Darf ich jetzt eingreifen? Das geht ja ganz schnell. Alles mit Hut aufsappen. Ich bin ganz Pferd. Ja, Pferd. Winner. Nein. Besser macht kein Ding, mach besser Holz. Äh, ich kann auch kein Holz machen. Ich kann kein Holz machen. Warte, da hilft mir. Geh mal, äh, Ding. Holz Ding. Was Holz Ding? Ja. Komm auf. Mann, der hat den umgebracht. Fick dich. Ich habe nicht so viel in die Ausdauer, das ist halt. Ich habe nur wie viel. 25,8. Ich habe, warte. Ich habe 546. Also das ist mehr als ich, also. Komm. Okay. Sein, der mit deinem bisschen schneller ist. Komm, wir doch. Ich glaube, ich ist ein Rex. 36, das ist ein Alu und Rex und drei Alus. Nee, ich habe keinen Bock. Tschüss. Also, alles Medium. Klar. Ja, du schneller mit deinem Pferd, sehe ich. Deine Schnelle. So schnell, aber nun auch nicht, ne? So schnell, nun ist es aber auch nicht. Dau, lass mal kurz landen, bitte. Weil du bist gerade von 10 auf 160. Oh. So schnell, dann kannst du das nicht mehr so abmachen. Ja. 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 Gehen wir? Hier drin. Ja. Äh. Kitze. Kommt, einer ist echt gut. Ja, was ist schon da? Kitze. Abt, äh, hier. Warum sagen immer alle Klitsche? Und wieso? Kitze. Okay, einfach nur zum Redwood-Ding. Redwood-Berg. Dann tun wir da wieder landen. Wow, Redwood-Berg. Wow. Ja, ich bin schon da. 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 Noch lange nicht. Irgendwie gerade. Dumm. Hier sind wir beide auch. Ne, das danken. fliegt er mir vorbei geil warte mal kurz ich muss selber was kurz mit dem fundament machen warte kurz weg warte mal ein bisschen weil du bist echt schnell wie viel war mal kurz wie viel hat der bewegungsgeschwindigkeit man also von 70 warum ist denn eine schnelle weil meine wie viel sauerstoffe verteilt ja wie viel hat er 40 ja meine hat 900 deswegen treibt ja ich habe den absparks so gelevelt während jahres wachsen jetzt gab es 100 und was gelebt ich habe noch das letzte habe ich ihm jetzt bisher gegeben deswegen bin ich auch schnell deswegen kann man auch würde man kann sie könnte man auch manchmal auch der funktion auch mal auf sauerstoffskillen weil ja nämlich schnell mit dem flügel schlagen ja wo bin ich ja wo bin ich ja ja hier oben sind vier gleich die meint umbringen zwei rapture und einiger ihr gar nico an und dann mache weiter wobei die rat von auge tot sind deshalb für mich bin ich doch nicht dann ist es eine kröße oder wo lang bist du denn über das ist der million vielleicht mich ja auch mal das ist ja dass wir auch mal öfter ein chemium können genau so und ja wir haben als mit fels russisch ist besser weil wir haben halt kaum resistenz ich habe gesagt warte nein er packt wieder dadurch wo bagge ich war richtig fliegt zurück hier vorne auf dem berg ist noch ganz oben ja ich sehe den links von ihr links 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 wo sucht denn denn genau die besten plätze zum landen suchen sich immer diese diese petri sollte weil ich kurz und mich selber der alpha ist wenn ich sehen würde halt der ruhlführer 44 stück links müsste noch ein rex sein das sind die frage dinge ja hier ist ja 12 aber ich will auch wissen welcher typ ist welcher typ zum ort der tier x 12 habe ich gesehen wir müssen mammuts und so unsere klima die bringen ja irgendwie viel pelsen und viel level ja ja ich auch nicht so also wir können also wenn nicht gehen also ich würde sagen dass dass wir zu dem übergang gehen da weiß ja wo ich mein 300 meter weg ich habe keine die geben kein pelz jetzt habe ich wieder so wegen jetzt so viel fleisch alter hast du mal auf oder wie ich hab das gerade ich habe nur was gesehen damit irgendwas ganz hinter mir war weil genau da wo er stand da war ich mit meiner kamera ich habe so kommen weiter weil ich mal eben ein bisschen flasche du hier rum macht so ich auch mal ein bisschen schlafen was ich habe auch viel drin ich habe den jetzt ein bisschen sauerstoff gelöst das ist nicht will nicht für geschweifens brauche ich alles nur ich weiß wo ich habe ich muss noch bei johanns zwei mal uns weil ich mir die umbringt ja ich mache ich schaue schon bei sind okay alles haben wir schon machen das riesen folgt hier ich würde die ich bin glaube ich auch lande doch da oben das scheiß petri alter jetzt fliegt mein gott jetzt auch nicht rechtsfaultieren loreneri schneller nein ich war ich mein pc passt Alter! Meine Fresse! Alle beide Faultiere habt ihr gekillt! Und noch ein Poluvio! Wolf! Ah ne, die gehen mal back auf den Pelz! Abbau mit der Spitzack! Abbau mit der Spitzack! Oder mit Axt! Hier ist doch ein ganzes Hut, du Lappin! Wenn Petri Krieger kommt noch was raus! Oh, Level 76 ist der! Und viel was! Hier! Oh! Geht jemand schon? Warte, aber dein Elektro sind nicht hier! Ja! Ja! 56! Warte, ich geh mal kurz raus! Oh, fuck! Ich verliere richtig was neben! Ich auch, geh raus hier! Hier ist der Übergang, komm raus! Oh, ich verliere grad richtig schnell neben! Fuck, 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 fuck! Ich hab' hälfte! Ich hab' hälfte! Raus! Ich ess' gerade! Ich ess' gerade! Du kommst mal raus, dann muss ich das erst mal machen! Wesen, stamm! Wus' mein Haus! Danke, der dritte Zuschauer! Dankeschön! Wenn ihr müsst, natürlich erstmal fahr sind! Das steht auch in der Beschreibung von stream! wir tun gerade pelz fahren weil wir einfach nur bessere wollen dass wir mal ein bisschen auf das leben können können vielleicht und so ein spät an youtube ja natürlich machen also alle soviel sie gibt ja auch bei alles assistenz der will natürlich was brauche ich für den boot jetzt bin ich auf der peterin schien hat er nicht dumm soll es solchen mitnehmen von dir ich bin ja gerade hier unten ich gehe mal kurz hier gucken was herum los ist ganz viele selber ganz viele selber tust auch viel selber tust jeden müsste ich ja ich war meine will wenn rex ist ich habe den rex kraft gekillt sorry du warst halt zu laut und ganz will hierhin ein guter klopfen hat zwar gebracht ich habe nicht richtig gelevelt, also ich habe gute xp bekommen Sarko Level 16, oh Gott, viel zu schlecht Aber ich glaube, das Pelz, das wir haben, reicht erstmal, glaube ich Mein Peggy trägt, glaube ich, richtig viel Pelz Der hat 178 Pelz Ich habe, ich habe insgesamt über 200 Pelz, das reicht, erstmal Ausdauer müssen wir nicht machen Manuel, warum hast du verlassen? Ich habe neu gestartet Achso Ich kann auch nicht mehr bauen Ihr könnt nur nichts mehr abhauen, weil ich 12 weg bin von euch, deswegen Äh, admin, cheat, äh, okay, okay, okay Oh, wieder da Mhm Flo, komm, wir gehen zurück, oder? Welchen Cheat war das? Welcher Cheat? Flo? Welchen Cheat war das? Ich habe minus 2 Level aufgegeben Damit ich gucken kann, wie viel, äh, sag mal schnell, wie viel Komm zurück Wir gehen zurück Das reicht Ja, bitte, weil wir uns Mal gucken, ob das auch bei einem Pelz geht Ne, das geht über sich selber auch, glaube ich Und ich bin auch nicht so schnell, obwohl ich gar nicht in den Tag habe, ne? Wo bist du? Flo, wo bist du? Flo, wo bist du? Flo, wo bist du überhaupt? Hier unten Komm, komm Komm Ja, ja, jetzt kommt's im Winter, ja, jetzt, gut, das ist jetzt besser Und ich habe gerade noch mal auf Sauerstoff gelandet Mhm Ja, du siehst ganz leicht Du siehst ganz leicht, aber, hm Ja, wenigstens kommt es jetzt besser hinterher als vorher Jetzt komme ich jetzt überhaupt in der ja richtig Mhm Ich gucke nochmal durch, was ist denn manchmal Einmal woher mein Ausdauer auf Plan? Ja, ja, ist auch eine Nord Ja, ich weiß noch nicht, welches ist Was war es denn? Weil da hast du den denn? Ah, ja, gar keine Not, das war nur so eine Gruppe Aufzeichnung Wer ist? Wann hast du den genommen? Ähm Können wir? Warte 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 ich glaube ich sollte ein da ein tieflechten level aufgehen ich habe schon gerade durch damit wir auch mal ein paar schiedsweise ich kenne eigentlich kaum welche und den leuten kleinst schneller ja ich habe einen verfolgt dass sie im teel weg immer lange ein stück links jahr und landen Wau mal, Markus, ich bleib deinen Puss ab. Oh, Hamburger. Ich will den. Warte. Wo? Wo? Der Tyrek ist aufgestiegen. Du bist da. Komm, komm. Der Tyrek ist aufgestiegen. Der Tyrek ist aufgestiegen. Der Tyrek ist aufgestiegen. Das ist doch. Soll ich einmal so ein bisschen spiel? Ja. Okay. All right, das tut. Hm? All right, das tut mein Ding, mein... Ja. fahrt euch einmal durchs wasser bist du dir es war hier du musst damit das kriegst du weg er macht nicht mehr was nicht mehr kommen ich weiß dass ich mache es macht Spaß ich möchte mal zu dir kommen wie sind wir jetzt holen Ach, man kann endlich wieder abbauen. Okay, wir werden nicht mehr schütteln. Das ist weg. Das ist weg. Schalow. Du bist wieder da? Mh. Mh. Danke, dass ich schon mal. oh lelele Na? Guten Tag Es ist noch eine Base in Wetter Endgaming, da ist noch eine Base von Jenner Meinst du die Stroh und Holz? Nee, können wir nicht Aber da steht der Nummer Das ist von Stammen Ich geh Ich bin nicht für alt, wo ich mich nicht kann Wenn wir einen Pronto zählen Der kann jetzt helfen Äh, eigentlich helpt ne? Hilfe! Wo? Etwas kommt ans Pronto Der ist nur über 20 Alter! Da kann er rückdrübertrampeln Ich bin hier Na, das kann er ruhig schaden machen Da kann er nur schaden machen Oh mein Gott Oh, schießen da Ich wollte dich täten Geh halt auch vor dem Pronto, ne? Alter, macht der Schaden Ich steh gleich hinten Ist wirklich hier so Der ist wirklich Level 20 Ich dachte, er wäre die 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 Höhe Hey, hat jemand Nackobärn oder so? Haut der ab? Ja Nee, der kommt zu mir Der soll doch ab Ja, ist erliegt Buff Ich hab nicht Ich hab auch einen Was? Ich hab auch einen Ronto haben Nur einen Das bringen wir Das bringen sie sich jetzt Wenn wir uns 10 Rontos 10 ein Ok Auch ein Klo Dann 10 gehen die Klo Das ist ein Mini-Bromto Nee Ich hab so Diplos Kann nicht sein, dass du jedes Tier hast? Nark Nark Ich krieg ja schon die Tanosauro Ich wachse Brrrr Ich wachse, guck Schau mal Was ist da draußen? Achso, ein Pelagon ist das Was ist das? Und du schrumpst Du wechseln und dann schrumpst du wie doch nicht Nein, ich hab grad so ein voll hässige Manuel vor mir Trifft einfach nicht Ich hab gar nichts gemacht, Manuel, was ist denn? Nein Ich hab die Feier ausgebrochen, aber egal Geht es? Geht es? Nein Hi Geht auch nicht das bringt nichts ab welchem ist eigentlich pronto sattel ich kann das machen da habe ich selber nicht nicht 63 aber keiner lernt ich bin jetzt 60 80 ja da bist du wieder an der werbe warum hast du so doch doch Oh mein Gott! Doch. Ich bin die Rieche. Warum? Weil mir ein Hemd hat. Nicht. Und du hast ja kein Bock. Nein, aber dann ist es wichtig. Ich kann die ganze Zeit nichts abbauen. Dann kann ich wieder was abbauen, dann kann ich wieder nichts abbauen. Weil die nicht in der Nähe sind. Na klar, sind wir hier. Wir sind direkt an der Base. Ja, jetzt aber. Wir haben schon wieder Zeit. Nein, aber auch, wo die hier waren. Einmal, wo die nicht da waren, hat es wieder von mir gehangen. Und es ist wieder, wie man da. Und es ist wieder. Danke zu Nummer 4. Ja, guck doch mal bei mir vorbei. Nein. So. Hier noch gemäht. Wir haben gerade noch ein Pronto 10. Weil wir einfach mal einen brauchen. Oder einfach nur einen wollen. Für ganzen Farming-Sachen. Weil es einfach eine richtig krasse Farmmaschine ist, der Pronto. Und ganz krass Bärenfarmen. Jetzt auch ein bisschen. Wir werden uns halt langsam aufbauen. Oder jetzt versuchen halt. Wir haben keine Fackel in der Base. Ich habe gerade, also ich habe mir gerade eine gekraftet. Ja, komm mal bitte kurz zum Base reichen an, mein Bild. Ich will ja, lass wen. ich will ja weitergehen. Ich will die besser man. Ich will die schwarz machen. Nein. Doch. Nein. Doch. Ach. Oh. Wir kämpfen nicht. Ja, wir kämpfen nicht. Warte. Das ist total geil. Warte. Warte. 43 Prozent, Alter. Kann man mit, wer anders Bronto-Sitter spielen, bitte? Leute. Kann bitte mal wer anders Bronto-Sitter spielen. Nee, du. Doch. Eng einer. Mir ist egal, wer irgendeiner spielt. Das Spiel ist bei Bronto-Sitter. Ich hab's eben schon gemacht. Da geht's. Da hinten. Richtig gut, da Bronto-Sitter verliert. Äh, äh, vielleicht, äh, 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 falsch. Na. Ich hab ihn mal gesehen. Ich hab ihn mal gesehen, alle. Was braucht der alles? Fleisch, ne? Ohne doch ein Fleischfresser, ne? Der ist das ein Pflanzenfresser, du du im Kopf. Du sollst einfach nur auf den aufpassen, ne? Da ist so viel Fleisch, Alter, das ist so ein Fleisch. Schalte, aber... Muruck, bist du Fleisch oder... Wirst du vegan, ne? Wollt ihr wissen, wie ihr den Radius vergrößern wollt? Welchen Radius? ich weiß wie es geht ja haben wir den radius sein oder wie das wissen wir schon auch man bitte floh herr auf das näher ja was bringt wenn du dich also wir wissen es wie es geht gaming flame wir wissen wie es geht man dafür nur nicht so schön weil dann funktioniert nämlich nicht ich habe ich gehört der ist schön war die heiße typ xd gaming flame also jetzt hier auch wenn wir die einer reinkommt der heißt game pvp okay der ist 59 du pack da mal ein paar nacken dann weil man sich jetzt ja ich glaube sonst habe keine ich habe welche mache ich ja oder war mal was ist eigentlich mit dem bieber ich habe die haare einfach nur mit der schere gefärbt schere gefärbt ja das geht so ganz in dem menü auch die haare färben wir haben wir fahren wir haben warum da steht da nur rum und es ist dumm Hallo Heil Megatron Krasser Name auf jeden Fall erstmal, grüß gellig raus Grüße gellig raus, alter, bester Name ever Was ist das für ein Name, noch nie gehört Der beste Name ever Krasser Junge, ehrlich Da muss man erstmal kommen, alter Auf jeden Fall krasser Typ, auf jeden Fall, also für den Namen musst du eigentlich erstmal den Preis kriegen, alter Das 5.000 Euro Preis Okay Willst du mit spielen, wenn du schon eine Frage, wenn du arg hast, dann kannst du mit spielen Aber natürlich PC4 Sie hat, äh, also der, diese Heil Megatron hat, äh, etwas mit PS geschrieben, aber das will ich nur nicht, aber das will ich nicht, aber das will ich lieber nicht sagen Sag Nö Stopp Stopp Wo ist der Dino? Murul, du bist gewachsen nur frage hat irgendjemandem kopf geschissen also erst mal eine frage wie bist du auf diesen namen gekommen heil megatron heil megatron wie wir es auf den namen gekommen dann sind wir einen chat schreiben ich habe keine ahnung von so einem namen kommt jetzt ehrlich also die körper mit auf einem namen heil megatron ja das weiß ich das war dich ja und teil weiß ich auch das weiß ich ja man auf den namen kommt ein richtiger namen nennen sich sowieso ein youtuber oder irgendwie anders und er einfach so ein megatron eis kalt das hat deine fantasie danke immer wieder was ich bin gekommen weil ich denn da so ja okay ja okay und teil habe ich das was ihm gesagt nein was und im ersten teil hat das gesagt nein megatron und barricade hat auf seinem auto stehen die kommen mit heil megatron ach deswegen okay geil wirklich geil drauf gekommen irgendwas mit transformers oder so ja ist ja klar ich ich kann ja auch ich habe ja schon den neuen den neuen gekocht hat den neuen hat habe ich schon geguckt ich habe ich habe jetzt schon ich gucke gerade zum dritten mal an also ich habe jetzt erst mal die die zum drucken so als jetzt erst mal das dritte macht den ganzen und wenn du mich bringen wir sagen wir versenden aber nur noch eine frage wir senden hier nochmal die namen eingeblendet auf ps4 natürlich also wenn du die ps4 hast immer so sagen so alles klar über drei habe den neuen tag schon acht mal geguckt wenn du hast mit fünf am kino gesehen und dreimal so geguckt oder wie oder für acht mal im kino geguckt jeden tag mal ins kino er floh hast du brauchst du brauchst an jetzt schon weil er ist nämlich jetzt gezählt vergleich mir ein riese kommt jetzt jetzt kommt jetzt kommt wirklich ein symbol okay er würde kein spiel aber mein internet ist schlecht gerade kann ein andern mal mit spielen nee ich hab so acht mal im kino acht mal im kino jeden tag rein oder wie ich bin aber mein er ist so schlecht so schlecht also so ist aber auch keiner da geht einfach nicht du hast nie in dem so richtig so schlecht internet kann ich sein ich glaube in lamm ist der alle das macht einfach wohl mehr um gar nicht überlebt versuch aber versuch einfach mir in der ver also schick mir in der fahrer und versuch in die party reinzukommen um mit zu spielen kannst du versuchen es ist nicht so schlimm wenn ich mitspielen kannst aber versuch es mal sagen bitte nicht das thema ist da was sieben was besagt mich dass da das erzählen mal drin was der vermalt also wenn du mir spielen willst natürlich kannst mit spiel okay ich sage es den es ist nicht okay warum sag einfach ist mir egal auch wenn jetzt 20 mal schon ist mir egal ich habe auch schon das fast glaube ich noch gar nicht mal geguckt wenn du bist so hobby los ne flot ist hier ist ein baul was macht überhaupt mit dem haus es werden ich muss an ich meins neun mal okay ist okay versuch einfach mal versuch ich versuch einfach mir eine freunde frage zu senden ich tue ich würde mal kurz die namen blenden von mir und so entweder mir oder kauf von der freunde frage senden und dann also einfach nur dann also wenn du halt anders heißt auf der ps4 jetzt hier dann schreibt mir die so kurzen nachricht dass du halt der bist so wie du heißt also wieder heißt halt jetzt in youtube oder halt einfach dass du mitspielen willst oder oder das war der kann man zum kopf dann weil die sache ist wenn du youtube gucken kannst du kannst du eigentlich er mit solchen das muss ja du hast es gerade versucht aber ich verstehe es nicht das kann nicht sein so schlecht ist so schlecht ist so schlecht ist in der hau-hab-hab-dich-mehr-mehr-ich und außerdem wenn er gerade youtube guckt und wenn man youtube guckt muss man ja auch schaffen oder dem fluss ist abgelaufen das kann auch sein oder oder hat oder es hat einen kleinen plätschischen bus abgelaufen kann auch sein aber versuch es einfach ich sag lieber noch weil vielleicht hat man nicht ein bisschen scheiße ich habe ja den stream nebenbei laufen aber auch mein letzter deswegen kann ich doch die ganze kommentare lesen weil ich keinen bock habe immer jedes mal in die scherze drücken dann auf übertragungseinstellungen alles zu gehen dann erst mal auf kommentaren zeigen darauf habe ich keinen bock dann so ist einfach noch mal versuch solange bis es geht okay kann ich ja mal mit der probleme zu liegen nehmen ein plus ist noch aktiv aber habe aber erst bettelt von ohne angespielt habe heute erst ja okay versuch aber trotzdem mal aktuell kommen einmal also wenn du hast du hast natürlich abwürden wenn du gucken muss ich muss euch haben normalerweise versuch einfach versuch einfach auch in tausend mal dauert versuch einfach bis es schön ist es klappt wenn nicht zu den interneten tun dann wenn ich zu den interneten wieder einfach nur zusammenschlagen das funktioniert oder knall oder schlacken eltern schlacken eltern zusammen weil sie aber nicht weil der wache die leitung nicht gut geht oder wenn ich stark genug ist ich werde ich bei den anbietern ich habe auch noch wirklich ich habe glaube ich auch noch also bei bei dem haus wo ich wohnen ist auch so eine 25 k leitung und 20 k leitung und ich habe als also meine familie hat so viele geräte im haus die muss schon aushalten wir haben doch hat drei ps4 22 davon funktionieren auch die eine hat die einen in die eine ist ein blitz angeknallt die hat mein vater früher gehört aber das ist ein blitz angeknallt und dann war sie weg wohl halt am arsch also die könnte funktionieren dann müsste ich glaube ich aber nur in dessen so ein netzteil nur wieder reparieren aber darauf aber darauf habe ich keinen bock wird ja eigentlich funktionieren müsste ich dann nur das würde eigentlich sehen dass wir doch doch das auch ein eigenes server kriegen wenn ich halt ja dann muss ich nur einen eigenen account wieder machen dann muss ich nur da auch noch den account von hier machen dann arg rüber scheren dass da weiß ich nicht kaufen muss aber ich muss wieder petz plus holen dann alles ist es richtig nötig weil die sache ist wenn du brauchst schon zwei ps4 und schreibt lieber noch mal in den in den chat dann leistung bitte wieder mal wie doch wie es hier heißt das ist dass ich das ich vielleicht auch wieder mehr fahrzeichen kann die fakten hier aus was bringt man die wenn die über am tag anzunehmen schreibt mir erst mal einfach nur in die kommentare wirklich wieder halt auf der ps4 heißt weil dann kann ich dir eine send mit wenn es bei denen funktioniert und ich würde mal die das haus ein bisschen größer bauen mache ich ja ich war höher bauen das ist viel zu eng einen einsehen ist zu klein muss zwei minuten muss die wände die dächer runter reißen dann einfach mal einen tage hoch und dann erst gleich aber jetzt sieht ein bisschen besser weil das ja was ich habe es auch gemacht wie ich schon flur haben wir also flurteig sind ist ein hause alleine gebaut und ich und ich eigentlich meinst du mit floh also mal das holzhaus hier und so ich bin dabei dann könnte ich jetzt an den anderen versuchen morgen oder beziehungsweise spielte natürlich wir streamen öfter ich habe heute schon dreimal wie jeden tag ja aber mir hat nur alle und das bis mittwoch wird ein bisschen eng weil ich nach schule habe deswegen mit eng also wenn dann wird vielleicht nur maximal eine halbe stunden zu spielen vielleicht auch nicht mehr mehr eine stunde dass wir da dort auch nur nachts passieren vielleicht weil tag jung muss halt dann so viel noch machen was ich werde heute wieder bis ein zu streamen und ich so heute mal länger also morgen kommt natürlich noch ein stimmende tage ich weiß nicht wann ich jetzt mal sagt was gar nicht also so um die 12 12 13 uhr kommt natürlich ein stream das wäre gut wenn ihr dabei wenn die da alle dabei sind wenn ich da ist neue spiele sind immer gut weil mich immer drüber ich habe es nur industrie schnitzende alter übertreibt wo erst mal ein fabricate übertreibt gleich schon ich kann sogar dann können wir es morgen so soll ich dir einfach ein schick mir einfach mal kurz also ich schreib kurz in die kommentare ein psps annahme schicken wir also ich habe aber nur enttäuscht mit deinem namen soll dann kann ich vielleicht die in der phase in welch funktioniert so versuch einfach ich habe aber er andere noch nicht was der richtigen linie ist aber damit dass er morgen annehmen kann wir nach außen kommt ich habe ich meine gerade den namen war ich nie im leben so oder überzeugt mich halt davon dass es ein richtiger name ist so heißt keiner keiner auf der ps4 das kann ich glaube ich nicht schrei du musst mich jetzt davon überzeugen waren wir wenn du wieder abspüße kann der party reinkommen ist dann ja so das ist gerade nacht party so ich seriously ich versuch jetzt zu finden sagen wir jetzt kurzen sagen wir jetzt kurz im ps4 lade zu spielen ist halt eben schon größt mit so gesichter und stream das jetzt kurz zu ich suche eben denn jetzt wenn ich wirklich der name ist jetzt am richtig durch nee das willst du mich wissen warte mal ist es richtig extrem nasenbohrerin was ich weiß was ich weiß das ist auch wenn ich jetzt lache aber das ist einfach so wie kam ey bester name aber auch der ist auch ein guter name wirklich guter na guter namen ey ich schicke dir jetzt ne vf auch vielleicht kriegst du sie und auch eine einladung in die party alter ohne scheiß besten namen also wirklich ich feier dich und wunderte ich nicht warum wissen warum sie nasebohrerin heißt wirklich was denn sagt mir wenn du die erfahren bekommen muss die fresse was ist also so ein bisschen so also es ist du bist da blind als wenn du durchaus zu reden du bist wirklich blind das ist glaube ich sowieso ein schachbrett und flo nenne mich nicht jetzt egal hätte wieder hens gaming du weißt eigentlich meinen richtigen namen niklas schnettens so stimmt ja also bis jetzt habe ich nicht bekommen ich starte ok vielleicht daran dass du kannst du keinen das ist aber mir auch schon mal passiert manchmal so dass das wenn ich die playstation also am anfang ist halt in die scheißverbindung manchmal bei mir und dann wenn ich in neustadt habe ich so gut übelst gute verbindung weil es recht oder aber oder recht gute verbindung castle mach jetzt mal ding machen wir mal ein bisschen hin damit und so sache bauen die spaz bei metall verarbeitung ich kann doch wie viel herrne ich auch im ofen so mit ein 90 und es geht ja noch sind europäern 125 was die liegung pern ok die rutsche nirgendwo er hat sich in der Welt wir sehen der 550 linders Kriegsung und Frauen kriegen alle sind es ist gar nicht so viel nirgendwo ja 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 der Brot der der Plattform noch der Profil eigentlich aus einem schlafen habe ich war ich meine Sache das ist der Plattform Sattel denkst du ich nehme nur ganz so meinte dann können wir nicht anfangen ist es ich dachte ich glaube na ja trotzdem ganz ehrlich das ist auch bei dem froschdottel so der war früher 15 verfügbar jetzt 40 ich hoffe dass es bei 2 heil mega funktioniert mit seiner feste und mit ihrer playstation was er gesagt hat er noch immer nichts scheiß internet vielleicht liegt es daran weil er uns einen unter der ist ja wenn ich daran bei mir ist da kann man es warten hat bei mir kommt euch noch ein unwetter ich habe keine ahnung bei uns ist alles okay sonst könnten wir nicht miteinander zocken also bei uns also als bei mir ich glaube ich zum 1 um 1 kommen aber ich habe nie klasse wir wurden über 2000 land und da also bei uns klappt alles jetzt wirklich er wohnt er wohnt so in berlin so nähe berlin oder auch in berlin was mit nähe berlin ja und ich wurde und in baden-württemberg also ich wohne in der weiter ist das ist dann egal ich kann nicht besuchen kommen nee lieber nicht ich kann ein bau lieber nein 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 kein besuch kein besuch ich einfach mal vorbeikommen kein besuch ich bin ich bin ich bin so viel österreicher und wenn auch gleich und wenn auch gleich die frage auch kommen wie alt ich bin ich bin 14 ich weiß dass mich viele viel älter entschätzen so auf 18 bis 20 ich bin ja auch ich bin ja auch 1 80 groß oder größer und größer als 1 1 80 glaube ich und ich wachst du noch das geile ich bin locker fast 2 meter 1 90 bestimmt ich wusste was mit 2 meter für sich glaube ich ja bis 16 ich weiß dass ich so wie die 18 bin das heißt das heißt das heißt von jedem dem ich den ich frage ich habe es mal gesagt und dann dachte der so ich hab ein warst wie viel zum perl noch mal 125 ich habe es noch schon hier über 100 wird mein ding eingesperrt diese glitzer hat und die man gesperrt aber wie viel 125 ich habe schon über fast 200 180 mehr als 180 wird dann ich habe ich habe ein bisschen ich habe noch gar kein titan mehr gesehen ich habe bisher noch nie jetzt in der seite denn dann habe ich da gerade noch gar keine titan gesehen ich habe jetzt schon nochmal fünf geil auch junge an sind so bei dir bei mir sitzt keiner und wenn er könnte abonnen und liken ist nur so ein tipp abo dass wir kein leibes mehr verpasst und liken dass ich mal also als eine kleine ich hatte ich hatte gestern noch 15 abos ich habe in der von 1 an 7 ausbekommen auch wenn jetzt auch nicht so krass aber trotzdem ist krass weil ich habe ich habe jetzt bisher in den letzten tagen habe ich erst mit angefangen zu machen ich habe bisher nur so ganz übselten leistungsgemacht manu hier geht es ja so party erst wenn du auch spielst kannst du da reinkommen heißt nur nein nein jetzt landen wir zwei titanbos ich kann lass uns doch einfach drin nee ich finde es jetzt leid zwischenzuschalten ja es ist aber gerade arg ah ah titanbos scheiße ah ich habe Angst ah ah weil ich bin zu schauern ich bin ich bin jetzt hänge ich hier und runter springen will ich nicht ich bin zu scharren also genau da hat uns gerade diese tracksitane tambo als es geht uns geht da kom weg 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 da war auf den stein auf den stein danke die ziege ist tot ja er noch mal ab oder lassen die leistung leistung mehr verpassen wollte gegen macht damit die hierhin kommt ganz ehrlich ich habe kein bock jetzt ich will was ich hab nur die zum pennen geholt sehr ruhig du holst dir die ps4 von der familie ich hole die nächste warum sollte ich nein mache ich nicht also wo ich den server wechseln müssen das lässt sich nicht spielen ja ja locker ja locker kaufen kaufen auch so netzteil wo über 300 euro kostet 200 euro wenn jemand noch manche kochstung haben ich wacke ich überall durch also versuchst du mal einfach nur wieder neu starten versuchst du mal mit neu starten von der ps4 aber nur noch und dann versuchen noch mal ob ich das geschickt habe normal so müsste der geschickt haben und er hat so eine frage ob du überhaupt auf ps4 spiel ist weil es vielleicht vielleicht daran dass auch xbox spielt kann auch sein also ich muss ja jetzt sicher dass du auf ps4 spielst sie hat doch geschrieben damit ja so ich habe vergessen wie sie auch wieder eingefallen versuch aber mit den neu starten versuch aber nur noch mit neu starten irgendwann funktioniert vielleicht aber wenn ihr du bist eigentlich heute droh ich habe das maul das reicht dann aus ich habe mir noch zu menschen okay aber das ist okay das ist noch ein bisschen komisch wenn man fünf von euch hat und da ich mir sehen du war mal ich habe noch übelst viel zu menschen wir wollen aber dann aus dem teil auf den ja österreich hat voll im regen war vorliegt ich habe regnrotter und dann ja auch volle kanne und sovater ja viel spaß gesellig wir sind vorhin auch durch den richtigen sturm nicht gefahren jetzt ehrlich ist es so unten bei zürich und alles er vorher war es ja oben bei uns an ich glaube bei mir sind wir eigentlich gar nichts ich habe jetzt wiener wiener ich gar nicht umstehen silithioperlen metall und leder die farbe muss heraus denken ich werde jetzt einfach versuchen und in der früh werde ich jetzt wieder auftreten und dann noch schau ich mal wenn nicht weiß er meinen namen also hier auf der facebook weiß meinen namen und wenn nicht ein guck einfach auf mein youtube kanal also muss einfach nur dass die letzte zeichen wegdenken okay das ist schon dann ist es wirklich an den unwetter weil aber eigentlich ist wie ein gar nicht richtig krass drin das sieht nicht vorbei das ist das ist und mit zürich das ist ein alter schweiz hat überhaupt bekommen wie lange noch da ist bei dir ich höre ich höre ich hab voll ab also in wien könnte ich kann eigentlich gar nichts sein welche sehr wien 23 30 es ist vor wien ein bisschen vor wien ist da florst du hast du hast du nicht gesagt hast du zement raus ich habe ich habe noch welche von bieber dann noch 24 also ich kann nicht verstehen warum jetzt schieben weg also warum das ging er hängt bei jürgen obwohl gar keine regenwälder oder unwetter oder die wurde die internetleitung stromleitung ja aber ich bin an der grenze von niederösterreich und es regnet da ach so nieder ok 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 niederösterreich heißt so ok ja da regnet ist da regnet schon es ist so also der regn ist ungefähr so unterhalb von wien also dann passt also ist also ist nicht dass das ist kriegen bei der behalte das ist halt da regnet ich habe noch 20 leder rechte dann kugel fischerei mein gott ich habe gesagt du solltest nachgucken du hast mir aber nicht zu gut ich kann es gar nicht nein ok ruhig bleiben das ist nur ein spiel bitteschön herr ich mecker rum klappt ja du merkst gerade nur rum aber egal ist habt ihr stein für mich die ahnen stein und farm stein wofür ist ein stein da um holz zu holen oder wie ich hoffe morgen klappt es dann können wir hier spielen ich feier auch weil ihr auf meinen namen mit denen ich da kommt ja klar wie kommt man auf heil megatron als youtube name oder hier als namen bei norden bohrerin auch kommen auf den namen wirklich geil einfach nur noch also ich richtig geiler aber so alle der proto rage wieder auf er ist auf jeden fall der rager für dich von brondo der proto rage halt floh hast jetzt auch mal gemacht oder wie sie saust oder okay ich okay ich hätte ich hätte sich lieber nicht jetzt müssen wir uns zu rett zu nehmen ich glaube auch wieder porto floh ist ja leicht reizbar habe ich gehört aber die frisse ich habe ganz gemacht floh war ruhig nicht durchdrehen schon den ganzen tag dann ernst warum ich muss ich hätte auch bis hin alles klar hätte ich auch wusste nennen können wir auch gewesen ich guck mal auf die ideen mann runter runter und der übertreibt ja jetzt errennt los das ist eine rennmaschine alter you seem bold du ich hab den rot schwarz gemacht ok hat irgendwie eine spezialfähigkeit eigentlich weiß gar nicht mit l2 baut er nur ab und mit r2 kämpft ja wir stehen war da hier ist die hier ist richtig ich kann Farben machen. Ja trotzdem, bleib mal gut stehen. Das wollte ich nicht, Lustro. Als ob man den Bronto anmalen kann. Na klar kann man es machen. Man kann ja auch hier jetzt anmalen, aber ich würde lieber so anmalen. Mit Z-Target Dino Color. Ich bin Usain Bolt. Wie würdest du es machen? Z-Target Dino Color. Ey raus da. Jossain Bolt. Wollen wir Usain Bolt nennen? Das war geiler Name. Also wirklich die Namen von dir. Also halt Megatron von dir. Auf jeden Fall, ich feiere dich wirklich. Für die Namen. Aber noch richtig geil. Aber noch richtig geil. Wollen wir auf den Kopf. Alter, der Rage. So hat der vorher nicht geraged, wenn der Level abhattet. Ich will noch umreiten. Ich will runter. Ich will, ich will ja, ich will ja nicht nur färben. Alter. Leute, ich bin auf dem Schwanz. Was? Das hat sich vorgemacht. Jetzt war ja auch komisch gemein. Warte mal. Hör auf dich zu bewegen. Ich will den Färben gerade. Ja, der muss aber auch rot und schwarz dabei haben. Ja, aber ich habe gerade. Blau und rot-schwarz. Blau und schwarz auf die Scheiße. Ja, komm, komm. Unsere beiden Farben. Ach du Kack. Die sind übelst schwer. Wollst du nicht auch rot nehmen? Wow, Alter, das sieht geil aus. Hey, kann jemand die Tür aufmachen? Ja, ich muss kurz kaufen. Warte. Nein. So? Nein, der kommt nicht mal mit mir. Nein! Warum bist du denn Edmund? Habe ich gar nicht. Okay. Der kommt aber nicht in die Beste. Ach, Manuel ist wieder ein Arzt. Darf ich bitte? Aber in der letzten Zeit schreiben wir einfach so viele Leute in die Kommentare. Das war vorher nie so. Im Spielchat. Nee, nee, deswegen war ich beim Stream in die Kommentare. Das war vorher nie so. Das war jetzt schon 41 Comments. Guck mal, ey. Nein, ich hab's nicht geholt. Au. Passt du, Flo? Was ist so? Warte, ich muss kurz auf den Balkon gehen. Was sind jetzt? Ey, ich hoffe, du denkst nicht dumm von mir wegen Namen. Ich bin ein... Ja, okay. Natürlich. Warum soll ich dumm denken? Warum soll ich dumm denken? Warum soll ich dumm denken? Weil nur mal die Namen so sind. Ist doch cool. Ist doch gut. Ich... Ich mag die Leute, die sie so nennen. Ich mag es wirklich. Der Name ist eher geil als dumm. Ja, das ist... Auf die Namen ist erst mal kommen. Die Namen so... So erst mal zu nehmen. Es war so... Einfach so einfach die... Die Namen auf die Namen zu kommen. Ist wirklich erst mal die Kunst. Ist eigentlich schön. Ist eigentlich... Also erst mal auf solche... Auf solche Ideen erst mal zu kommen. Ist das Schwierige. Hier. Hier von... Von dem Frosch... Von der... 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 Naja. Nicht jeder kommt auf sowas. Ja, das stimmt. Auf sowas kommen nur die Intelligenten. Und davon ist Manuel abgenommen. Manu ist nicht schlau, ist dumm. Also Manuel, bring mal den Froscher jetzt. Der... 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 Der steht vorne, Mann. Der... Immer noch. Nein. Und ganz so eine Wand an, bringe ich dich um. Kann ich hier... Äh... Manu hier nicht. Weil ich nicht so stimmt. Du musst das hier annehmen. Der einzige, der Weintag ist Manuel. Manu? Oh nicht. War? Und ich. Nee, oh nicht. Was mache ich? Hm? Warum nicht? Weil die ich lange kenne. Das ist irgendwie geil ausfindlich. Hey, den Typen, den kenne ich als er gestern. Flo sieht's gut aus. Was? Das kannst du doch für einen. Schuh! Du musst... Du... Du musst nach vorne auf die Krallen gucken. Du, vorhin sind die ganze Zeit Sachen bei mir verschwunden. Denkst du, jetzt lass ich einfach jeden so reintrallern? Du kannst... Du kannst... Du kannst... Du kannst gerade jeden reinfallen lassen, außer dem... Flo! Guck mal die Krallen an! Äh... Nö! Guck mal die Krallen an! Guck mal die Krallen an! Guck mal die Krallen an! Flo! Die sind die einzigsten, wo du... Kannst du... Ich schläge jetzt Manuel Lappen. Wo ist Manuel? Nö! Oder Flo? Ich tue... Ich tue mal Flo abstecken. Passt es so, Flo? Die Krallen! Nö! 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 meine ich damit also würdest du mit youtube anfangen würde ich glaube jeder feiern ehrlich du kannst ja nicht weil wir können ja dann irgendwie so eine zusammen zusammen eine gruppe gründen weil ich ein fluss weil ich ein floh haben gestern angefangen zusammen zu live streamen und wir haben bisher immer gute kommen zu bekommen oder einfach gute abos oder wir haben ist ja eigentlich gut geleistet zusammen findet bei diesen haben wir ein paar welche gewesen bei mir ja weil wir die zusammen gefunden haben und nicht und ist halt die brüche und dieser beide halt männlich und die sind halt das war halt diese wahl brüder und dachte das sind doch brüder ein bisschen älter deswegen hat er vereint der 2 jeff 1 älter als chef 2 ich weiß ich weiß wie ich dann wie ich dann meinen petri nennt dass keiner nimmt niemand den hier nimmt dann kleid wenn ihr wenn jemand gott nimmt alter also nicht gott sondern älter das sieht doch richtig putzig aus alter das sieht doch süß aus ey guck mal bitte kurz was soll ich machen guck mal weg ich muss das zensieren alter du findest euch den namen alter von flos zeit alter richtig geiler namen alter manuel hat er mann ist ja da warum der ist rot runter meiner und meiner fluss lächelnde smileys lächelnde smileys ey richtig geil runter ey sag mal jetzt hackt es bei dir ich muss laufen ich muss irgendwie irgendwo hingehen sag mal jetzt hackt es bei dir oder wie es knallt gleich alter ich hol gleich chaos flow alter und das ist das heißt was ein petri heilt den anderen er hat einfach h i punkt punkt er ihr wisst wer damit gemeint ist ne du guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal was denn ja mehr oder mehr oder mehr oder was ist runter war das runter mach das ja runter was nein schweb drauf mann siehst du das mach das ja runter mach das ja runter nein nein was ist da drauf den hacken kreuz zu lappen wirklich ne weißt du was h i megatron dem ding geschrieben hat ein petri heilt den anderen h i punkt punkt er 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 heilt her gut der die qualität ist schlecht die qualität ist schlecht er geht runter von gealter ich es knallt nicht runter gehst er herunter jetzt kommen man will dann sehen wir einen dann dann ich gehe ich krieg nicht die gleiche treff nicht aber auch wenn ich darf ich dafür doch nicht hast du sagen schon mal gesehen da oben fliegt ein mensch ja das ist box das box das ist jetzt braucht ihr was braucht ihr ss soldaten dann könnt ihr die los sein könnten was das könnten die los sein ich kann ich jetzt braucht ihr ss was heißt ss ich verstehe aber ich verstehe mich nicht ja ja es kann sein damit er sich verschieben hat mein us-soldaten bestimmt sie besser gesagt es ist eine sie so sorry das ist wirklich ein mädchen ss und satten sind ach so gott nee das mache ich nicht ich habe ich habe so richtig kranke vorstellung habe ich gerade ja habe ich von der test da wieder wach geworden weil ich weiß dass es ss ss soldaten sind von hitler sind die von hitler und dann ich habe so richtig ich habe richtig krank idee dass ich das wieder einfach nur mit mit einem hakenkreuz auf jeden bei über jeden halben hakenkreuz machen bei ihm die loben hat und hat kreuz alter ich habe keine vorstellung macht ja nicht ich habe auch eine gute vorstellung wirklich feuerlich ich habe du es wirklich kraft zu langen hallo warte noch mal stehen einfach um die 80 minus leider oder alle heißen antreten 1 2 3 4 und manu lieb kommt ja mal nicht krieg ich darf ich da und darf ich ihn aus dem tag kicken mal flog darf ich gibt dir das wieder oder mit fix er liebster und wenn du irgendwie und wenn du irgendwie von von und zitiert ist tot dann hör auf soll ich nein dann hör auf kannst du bitte anders nennen bitte nein der bleibt so wie schön jetzt hat ihr jetzt hat ihr sagt jetzt bekommst zöpfe das jetzt oder macht ein giga mit 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 hitler der ist der stärkste einfach nur auf seine satzung riesen nehmen wir nehmen wir haben jetzt auch mit hitler nähe kommen wir auf das ist jetzt ein bisschen zu groß ich habe fünf zuschauer das ist schon warum warum schreibt eigentlich nur noch halben am schreibt ich noch sie ich habe vier vierte und die drei zuschauer noch so zwei weil ich das ist auch noch zu gucken und dann zeit bekommen amts kommt immer mit kobe ich mache nein 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 ich bin ich um nein 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 los springen die somit nein ich mache nichts mehr hast du gerade einen hakenkreuz nein ich sehe dass du dummkopf die sind alle verstört deshalb schreiben sie nicht das recht weil ich mein haus ich mein haus ich habe es gesehen du kannst daraus ja tic-tac-toe machen ich hätte nie den zim kommen sollen doch kaum durch reinkommen sollen kommen das ist das passt ist nicht so schlimm ist es ist nicht so schlimm wenn du schreibst aber es kommt mir ein bisschen komisch vor jeder jeder was heißt also jetzt von so größeren youtube gewinnt der 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 ganze zeit jede sekunde mal nahe du bist hobbylos wenn du auf jeden tag reitest jetzt hört mal auf dem waldsbrechen darf ich bitte kauf und bitte darf ich bitte 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 ja danke danke ah danke marcel baum baum gartner dank ist auch noch schreibt leider auch mal wieder mal jemand schreibt also es gibt das ist das nicht nur sie schreibt das ist die mann tut manu 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 hast du auf oder nicht weißt du nicht hast du auf oder nicht manu hast du auf mit dem reiten auch mit dem buch oder nicht ach so gern bis jetzt bis jetzt dazu gekommen okay könnt ihr könnt bitte ihr mag irgendwer star wars von euch ja ich meine doch wie jetzt also aber wie zwei wie meistens das jetzt meinst du jetzt das spiel battle for us oder die filme was meint jetzt damit oder allgemein das verstehe ich gar nicht marcel wo ist der buch vor wacke ich komme gerade hakt so oder wie runter allgemein na klar natürlich warum nicht so ist geil so als mauer mit stauss scheiße scheiße näher trotzdem ist es gibt dann leute die es damals mögen bei uns heute welche auch nicht ich mag es aber ich bin so einer der es nicht mag und so eine gott ich mag es eigentlich nicht so haupt haupt also da war an öffter klosen auf der straße der trogen site als da hat alles macht vermboldgerochen Alles klar, Star Wars ist so wie mein Leben, mein Zimmer ist komplett voll mit Star Wars und hab vier, ne, das ist halt nicht, wahrscheinlich werdet ihr jetzt, ich glaube, würde es aber, alles klar. Auf jeden Fall nice. Ich bin Picasso. Und wenn ihr fragt, wer dieser Niklas, ihr YouTube ist und ich, bin mit einem Seite gekommen, bei zweiter Konten, nicht wundern. Wer liegt mir? Runter vom Raptor, mein Gott, das war genau runter. Gibt es irgendwas, das er nicht macht? Mein Armin, kann ich ruhig auf dem Kanu reiten. Dein Kanu kannst du reiten, da hinten, hier den. Den kannst du reiten. Der ist mir egal, weil der mir eh nicht gehört. Mit dem, mit dem kannst du machen, was du willst. Du bist Torbius, Mann, ehrlich. Alter, du bist wirklich Picasso. Da Vinci. Da Vinci. Sie sind Da Vinci, ey. Und jetzt schreibt ihr nix mehr, oder wie? Voll Mobbing, ey. Wenn irgendwer von den Zuschauern bei mir, wenn ihr mitspielen wollt, einfach nur F.A. senden. dann, oder ich euch, oder einfach nur rein schreiben, wie ihr auch PS4 heißt. Sag mal, hakt Manuel? Manuel, das ist das Spiel am Augenblick. Man fiss dich jetzt einfach anscheinend, sorry. Das nervt. Dann gehen GTA wieder, wenn du hier keine Hobbys hast. Dann muss ich aber gepackt lassen. Ja, also dann auf mit der Scheiße. Was soll ich denn mit dem Schreiben? Sag was, dann schreibe ich wieder. Ja, was soll ich sagen? Dann auch für die Frage. Irgendwas. Ich hab auch. Ich hab ja, ich hab ja, ich hab grad in die Woche auf Alu oder so. Alu oder Rapton oder bei ihr keine Ahnung. Capo Succo irgendwie sowas. Und meint weiter. weiter ja okay dann mal manuel manuel schließen wir aus weil der nichts macht ja nichts oder aber nur irgendwas was sinnvoll ist doch die farben von fabrik ja also mit aluami ich habe es schon mal gemacht ich habe schon mal eine aluami gegen 4 ich habe locker mal die gar nicht gigas zu pf1 für ein tag zu verhalten das ist jetzt keine zweite tag muss aber da ist das heißt schon zu geben hier und fertig mit dem bild dann ist es geil aus na aluami habe schon gemacht betreut haben wir habe ich dann alles 50 40 für 30 mit alu gegen 20 m und ich habe so hart vorgelegt ist also ich glaube es hat so eine mutter gelegt und davon waren zehn sekunden oder fünf sekunden nur noch mal kurze bewegungen ich weiß was ich mache was oder lasse oder das weiß ich einfach mal einfach mal ein paar namen einen ausdenken ich denke ich doch mal ein paar die namen auch sommer idee die namen ausdenken wenn man ist die namen sind immer noch mal ein paar die normen ist für den agent ein bisschen raptor stego petri habe ich eine sogenannte bronze vielleicht auch noch pasaurus stego aptor text oder heißt brambo bionic ein spiel und den was ein anderes tier und nennen in nase bohren und pust wer sollen wir sollen wir sollen wir sollen wir ich weiß wo ein spiel ist ich weiß von spiel ist oder oder irgendein anderes ziel geht auch ein spiel mit dem hakenkreuz sind auf die flosse war doch eine gute idee kommen wir machen da mache ich mit und hier warte ich will aber eigentlich wollte ich jetzt was schönes bauen mal aber ich will doch nicht alleine losgehen du weil ich heute ist das bauen also wenn man sich auch nicht vertreiben kann so die langweiler haben die für manuel war mal zum vermalen habe ich die idee war mal jetzt ist mir nicht angefangen aber warte genau wir geben ihnen schon weh und dann kann erst mal durch die ganze operation genau okay du ich werde ein paar sachen verkaufen also ich werde verkaufen ich bin ein bisschen klein lang ey ernsthaft was gerade nicht auf mein piedrig genau das gleiche gemacht oder ich sehe es sich gerade erst ja jetzt erst bist du in den Arsch ne bist du in den Arsch ich habe es direkt noch mein gemacht ich habe es direkt noch mein gemacht ich denke euch mal ein paar Dino Namen aus wir können doch gerade wir können doch unsere Dino so nennen dann halt noch oh ich nenne ich nenne ich nenne mein Ding jetzt so weißt du was jeder Abonnent darf einen Armel für ein Dino aussuchen ja also gar keiner so am recht ist auch ein er sagt nee warte mal ist am rechts ist wirklich eins warte mal auch rechts ist es wirklich am rechts ein Hackenkreuz warte mal wenn eins ist das habe ich diesmal nicht gemacht hä äh ich kann nicht sagen hä hier ist kein Hackenkreuz hier ist kein Hackenkreuz komm rüber hier komm rüber hier komm rüber drüben ich will mal hier drüben gucken nee he er hat mich verarscht er hat mich verarscht er hat mich verarscht der blöch ja und das einzige was ich gemacht habe ist doch man verarscht es nicht am Oberschenkel ne da ist kein Hackenkreuz das erzählt sie aber egal doch hier ja würde ich haben kurz mal eine bär der dick so eine sache ja okay es ist nicht so schlimm wenn es ein fehler weiß nicht so schlimm überlegt ich mal ein paar dino namen danke danke und welche namen die schreibe man jetzt direkt um die strafe ist locker kommt gerade nicht und schreibt du bist der beste als ja ja dann war bei mir auch voll kommt einer stream ein bisschen ja aber auch nur wenn dann nichts verpassen wollen ja normalerweise kommt bei mir jeden tag gleich und machen auch mit sorgen scheiße scheiße wir brauchen selber truf und es ist gut wenn ihr unsere beiden kann wir brauchen selber brauchen wir haben die kappe dass mich jetzt aussehen so sehr gut wenn wir uns beide kanäle abonnieren können die auf beide kanäle nichts verpassen weil wir immer zusammen zogen also ja meinten deine afk ist mache ich weiter ist kein problem ein mega trommel ich habe so habe ich geil ich habe einen peter ist er gern so genannt klar kann man machen können wir morgen spieler eine spieler them es hat gerade neuer also halt oder eine neue hat vorgeschlagen für die nur auch nur gar viel wir brauchen wir brauchen selber wir brauchen den dodo und und den kevin oder marvin nennen also natürlich spieler und ja ich habe den peter genannt ich fand dann wirklich gut ich finde ich die namen richtig gut also auf die kommt also auf die kombi wäre ich nie gekommen mit heil mega alter warum soll man jetzt eigentlich schauen kurs zu einem mega kurs ich weiß das ist es war ja trotzdem eigentlich darf man auch keine führerschein sagen warum führerschein führer der führer ihr wisst ihr wisst was ich meine warte mal man hat ja also also diese schaumküsse haben bei mir also diese schaumküsse hat man immer früher immer den gehalt gegen gegen heißen ja morgen körper haben da haben die bei mir früher hießen und das ist glaube ich irgendwie so eine bezeichnung für den schwarzen einen schwarz heutigen mann oder doch mensch doch noch sechs löser hast du das denken dass man irgendein namen von bronte aus bütze zu leute bitte nach dem bando denke ich irgendeinen guten nach von bronte das ist durch den bolt er muss laufen denn wir denken dass ich nicht mal irgendeine namen für den bronte aus einfach mal ausdenken ein paar napoli die das ausdenken aber nochmal so einfach nur eurer kreative lacht eurer kreativität ein lauf sozusagen ich weiß dass das ist das scheiß anhört auf einem ha 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 lauf der bronte hat jetzt 155 und ist kaum schneller manuel runter von bronte gehst du es noch einmal punkt hier was dir nicht gehört der bronte kann nein nein den namen nicht in geilen dingen in den guten so auch wenn es der also ich finde den namen ist nicht so krass ja genau genau warte mal das ist das sogar leiblicher das ist ein geiler name den hat wieder heilmega vorgeschlagen das ist ein guter name so und meinen petri kann ich auch nicht petri nicht auch ich weiß ich den das ist so war ich mein petri nicht hier gehalten so wie ich sage ich nicht mehr ich weiß nicht mehr früher ich weiß also ich kann peter immer folgen ließen aber ich brauche kurz das leben aus der kamera großes leder ich habe sie gesagt das geld der im bausen stamm wie kann es aus dem stamm das ist dann so ach es gibt es Geld verschlagen wie ich kann jetzt stamm wie gesagt und gestern wenn ich auf dem stamm und nicht wie kann ich auf dem stamm Was willst du denn machen? Kacken. Ich will nicht Kaka machen. Bombastik ist wieder online. Ja. Wenn du willst, dass seine Tiere sterben, ja. Also. Wieso, der kann mit Manuel den Stamm aufmachen? Nein. Ein Spiel natürlich erst morgens mit halbmigatronen, wenn es geht. Wenn ihr Internet wieder funktioniert, dann tun wir den krassen Spiel. Ich brauche dann wieder nur eine rote Farbe. Weil, wir haben da auch schon unsere Gedanken. Hab ich denn auch so schlimm, oder? Warum denn? Du kannst aber keine Dinos mitnehmen, ne? Äh, doch. Diesen geht wohl gerade her. Nein, kannst du nicht. Du musst es freilassen, aber es ist auch so ähnlich. Warum sagst du was, du die Blöde, ihr Alter? Ja, mach ich wieder raus. Was ist dann? Nein, 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 nicht. Pass auf, damit der Kano bei uns bleibt. Setzt nicht auf den Rauch. Dann geht er freilassen nicht. Hol ihn raus, kickst. Also, äh, Ruhe, freilassen, freilassen, freilassen. Viel Spaß. Es war jetzt eher ein Fehler, auf mich zu schießen. Warum hast du mich? Ich hab gar nicht geschossen, Mann. Du hast aber gezielt, deswegen. Du kommst so ein bisschen, ne? Das haben wir hoch und so. Was denn? 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 Ich hab halt mega unter Morgen 10 und sie und ich haben heute unsere Gedanken, wie wir den Spino 10 und wie wir ihn dann anmalen. Oder eigentlich war das Klausel. Du musst dann müssen gestürt. Ja, du zielst auch deswegen. Und das hab ich halt als, äh, 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 angriff gesehen. Deswegen hab ich halt auch zurückgeschossen. Ich hab dann auch zurückgeschossen. Ich hab da halt geschossen. Ich hab da halt geschossen. Das ist pure Schlauheit, ey. Dankeschön. Ja. 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 Ach ja. 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 wird es ganz mit herausgenommen in so einem bestimmten alter werden so viel mit heiz haben wir gar nichts mehr ich habe kein metall ausgenommen hat ein bisschen was schieten kurz weil ich gar nicht nur wenn du willst also mein vieles nicht also mein fehler ist nicht du machst es ja dann also es gehe ich auf eine kosten 74 200 0 74 200 ich gehe jetzt gleich mal was dann haben wir auch was genug erst mal also mein stream ist ja keiner ich will nicht auf die grad hier war er war um dislike alter warum sagt man stream vergaulet kollega ruhe sind sie friedlich sind sie friedlich wenn nicht schuss zwischen die augen ja weil die ja den schweiger beide muss ich ja so nennen bei mich irgendwie so ähnlich mann bis friedlich oder nicht also bis zum friedlichen absichten würde ich ja nicht machen ich mache es mit dem type oder nicht das zeichnet dass ich mal ein ok wenn du nicht in der bild wenn du nicht mehr in den in den tabel verrufte luft und luft geben ja weil du nur weil wir fragen wir müssen sagen sagst du gar nichts deswegen ich brauche ein bisschen ähnlich klingen also die ungefähr auch mit den richtigen buchsam anfang deswegen das ist eine spieler schwierige nein sondern nicht nein auch wenn es komisch so nicht nähe so ich solche nicht also jetzt ja ich habe ja ich habe hundert kommentare spike und zwei zwei und zwei und zwei ist es breit alle hatte ich habe ich immer mal spray ist bei uns Wer ist Monster Gamer? Ist Arbing Arct im Angebot? Ne, ist nicht. Spike und Sprite. Wirklich? Was war es für diejenigen, die Arctets mitspielen wollen? F.A. schicken? Steht in der Beschreibung der Name? Bei mir? Also bei mir einfach nur. Aber so wie ich in YouTube heiße, nur das Leerzeichen wegdenken. Und wenn ich drue einfach mal kurz eine Option, dann sollen sie es eben gleich pausieren, damit sie sich den Namen aufschreiben können. Ja, das könnt ihr auch machen. Ihr hört ja Chaos, also ihr hört ja eigentlich Flo, also dann. Danke, der Schmeiner. Äh, äh, natürlich, erst, natürlich, wenn ihr, also wenn ihr keine Leerzeichen mehr von mir oder Flo verpassen wollt, Abo da lassen. Bei mir, also bei mir oder bei mir oder bei Karlsson Labo da lassen, dann könnt ihr, dann passt ihr, kein Lärzchen mehr. Aber ja, ja, ist eigentlich so alles gesagt. wir müssen noch irgendwie müssen wir noch du bist jetzt noch nicht draußen es kommt das kommt erst am 8 august raus bis zwei wochen glaube ich zwei wochen dort noch zwei wochen ich habe ich habe ich habe ja so ein schlager muss gerade reingerampen also er ist lokal aber man kann so weit weg wie man will von mir ich habe verstanden wird der stamm der juden ich habe ich habe mich verstanden ich habe 3 mann ist unter dem als idee ja oder oder auch als download kommt glaube ich auch raus was draußen was was ist denn so was ist was stellt man wie stellt man das ein mit ihm soweit weg gehen wie man will das muss man immer ich glaube ich kann kann ich eigentlich kann kann ich sagen aber da muss man irgendwas auf als man darf sich hochstellen aber man kann dann weit weg frage ich jetzt auch wenn ich wenn ich raus bin aber dann muss ich kurz draußen dann müssen halt kurz lohn und mann warten aber darauf habe ich keinen bock sorry jetzt aber es muss ihr müsst halt irgendwas da einstellen muss irgendwas mit es ist aber machen wir mal ein video mit ja egal wie die mit einstellungen jemand sehr gut einsteller oder wie man hat uns aber einstellt so sagen wir mal so machen wir mal beide so ein video dann werden wir euch mal das erklären wie es geht ja das machen wir da kommt mit farbe rein ja okay dann kannst du auch ein bisschen und die hoheit nichts mehr verpasst man aber nur ab oder lassen auch uns wieder zum 10.000 mal sagt aber einfach nur wenn ihr nichts verpassen wollt kann lassen oder irgendein video ich kann mir gut vorstellen damit andere schon terrorisiert sind ja 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 müssen wir auch viel neun sagen ich habe jetzt sieben zuschauer auch zählt doch ein bär genau bär nice bär ist gute idee bär ist gute idee gute idee bär aber du musst ja wieder die mir zu zähmen weil das ist schweiz den system weil da nicht auch dann ganz rum ganzen raptoren alles rumlaufen der terror ist alles so nervig deswegen das ist halt ein bisschen so heikel deswegen wir vielleicht gleich gleich erst machen das war mal wo hast die paik die habe ich auch meine kollege lieber nicht und der immer ging mein holz ausgestattet man ist doch nicht gerade habt ihr einen zu einem was habt ihr einen zu einem weißen alpharex haben wir nicht haben wir nicht ein alpharex haben wir nicht also man kann die gar nicht so höchstens vorstehen wir haben auch in der letzten welt mal ein alphameganen gefunden bild aber sonst ich kenne ich gleich wieder wie lange geht der live stream keine ahnung lange man weil du mich mehr hat über mich rumläuft macht du hast kraft oder mit stocken mein gott ich habe jetzt einfach ein bild gespeichert du kannst speichern wenn du damit ein pinsel angeht ich weiß der leitung ist also wie lange der geht oder wie lange gedauert dauern bitte noch lange ich werde da kommst du zwei oder so zocken lang vielleicht auch noch durchmachen du fragen geht die farbe ist die sonne ich habe so eine richtige aber floh mich vor kurz um 19 kommentare ist der morgen um 9 auch noch auch um 9 nene solange ich so lange nicht habt ihr gezählte tiere die im wasser leben noch nicht wie aber ich aber wir überlegen und erst mal die landtieren die auch unser wasser leben können als jetzt auch wie frau haben wir schon also auch sagt wenn man bitter ist eigentlich danke für den zehnten zuschauer wieder 9 jahren und leidung ein bisschen tiere unter wasser und dann kann man die sachen speichern ich weiß noch einen speichern ist noch kein exzent hier unter wasser wir werden und wie gehe ich immer auf so sagt wo es alles konzentrieren wir haben wir weil wir vermisst ja immer noch ein sagt wo hier dann hier ne floh wir vermissen und das tut ich weiß schon gleichzeitig ein zuschauer dazu und einen kommentar kennst du schießt natürlich ich habe ich habe ich habe auch mal ich habe auf meiner welt letzten welt eigentlich auch kannst du geschützt also jetzt tech sachen kannst du mal bitte kurz slow mo anstellen also auch schnell hi jannis rudolf hallo guten tag bitte bitte stellt euch mal jetzt hoch weil ich habe keinen bock hier eine halbe stunde die sache zu kraften weil ich habe kraft ist gerade davon übelst viel was noch immer was wir machen kraften binsel binsel die dauerung ist ja unser höchste dino ist ich glaube das ist ich glaube dass es ding ist los hier kann ich habe jetzt kein bock hier eine halbe stunde die pizze zu kraften slow mo gut sich bewegen wir müssen jetzt auf dem schick bronte bronte schwanz guck mal dahin hast du einen insta account da könnten wir morgen dann ja habe ich ich heiß genauso wie auf der ps4 ausmachen bronte schwanz ist toll sei aber noch schlimmer sind die bestreuen ist noch schlimmer jetzt ehrlich die bloß weiß ich weiß wie weiß wie schnell der wackelt seiten zuschauer dankeschön aber natürlich vergessen und liken wenn ihr ich hätte ich weiß dass ich gerade in diese klingen wie aber gleich weil ich weiß wie heißt es wir so wie entweder ist ich habe gerade entweder halt anwählt wenn ich gerade option offen habe oder guckt halt auf einen youtube account im ist halt bei manuten kann nur euch das ist das letzte zeichen weg denken mein gott warum ich manchmal eine welt ohne cheats und welches der schwächste 7 10 markt job ist zwar bisher der rechse glaube ich bisher der rechse bis er das schwerste also wir werden uns natürlich noch auf die spiele als vor und fokussieren also noch mal für die ganze zuschauer die also wenn ihr wissen wollt einfach nur mir freundes frage sind natürlich wenn ihr halt mich lieber aber nur mir also mich oder karl soll es ab und nicht abonnieren er war sender und ja wir haben gerade nur zwei floh einfach kein bock hat ist so ganz die ganzen pinsel hat aber nur zu kraften verlangen sondern deswegen also ist es nur halt nur nur für notfälle als jetzt auch eine schweizkrieg aber nur für notfälle haben jetzt hat dürfen jetzt nur für zum beispiel wo wir angefangen haben da kam auch im runde zu uns ja weil wir haben weil ich hatte schon zu spikes um die bergströmung und das hat ein bronzer reingedappt oder reingelaufene nur ich habe halt dann das aber eingetreten und dann war ich halt akku und deswegen also da hat also in notfällen jetzt aber wenn es aber wenn es hier irgendwie auch wenn sie brauchen auch wenn sich was hier wird ein titanus baut und angreift das höre ich dann natürlich kill eingehen natürlich darf man dann aber halt oder auch irgendwie wenn man halt in die fest hängt wenn ich raus kann fly natürlich auch erlaubt oder wenn man halt irgendwie also das ist also tut er ist nicht erlaubt die weiße namen auch nicht aber halt jetzt auch was ich jetzt machen und zwar beschieden also man darf es ist so normale sachen die farbe oder was ist noch nicht gut also jetzt nicht so mega schlimm als nur farbe davon steht nur halt auch es hat dann auch erlaubt wie viel kostet auf ps4 kann ich nicht gucken ich glaube 20 euro die komplette edition 30 euro kostet das normale und 50 50 euro und 50 euro und dann sagt es gar nicht ich habe es kein boxen und wiederholen jetzt aber schon mal kurz man kann sie einmal das normale holen und dann spielt dann noch so das normale kostet nur 30 ich habe ich habe das ganze geholt ist mit 50 euro weil ich finde ich mich schlauer hast du wüste nein hey hey hassan hab 70 euro nein nie 70 euro was los ok alles fertig also wenn ihr auch auf die server seid könnt ihr hier über mir einfach zu zählen geschmolzenes metall gibt den einfachen dann könnt ihr euch plakat nehmen sagt mal und da haben schönes betroffenen außer mit glatt zeichen und ein penis wenn ich sowas sehe dann weiß ich es ab so was ist noch so was schreibt man wieder kommentare jetzt habt ihr euch seid ihr seid ihr seid irgendwie eingefroren auch ein zweites auf eine scheiße klingt ihr habt ihr schon mal gegen diesen diese aliens kämpft welch aliens welch aliens welch aliens also auch wenn du welche kennst ich kenne es wirklich nicht wenn wir also höchst also höchst weit irgendwie so gemordet aber ich glaube mit dem motto ja die mords können ja auch welche haben ja mit mord kann man sich auch alien muss was ist ein liefingst hier in art denkt 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 keine ahnung ich habe ich habe ich gerade gar keins ich habe immer noch ein megalanier die ja klar und t-rex meins sei ich auch megalanier natürlich beauty war ich auch noch die galah raptor und was noch rex natürlich eigentlich finde ich alle die muss im art geil ich auch die beim beim turm errufen was das ist jetzt noch im pc was lieben dem kosten 70 euro mama ich weiß wie 70 euro kosten wenn er sich das einmal für 50 und dann nochmals geschäft dazu das musst du dir nicht extra holen du musst dir einfach 50 euro teil weil das für das gott ist bei den dingen dabei ach so ein boss mit mit elf ein der bosse ja man kann man sieht man muss natürlich beste burschen tauchen mal gelegt wo bist du eigentlich ich laufe gerade rum und möchte eben wie was wenn du willst kannst du mal also noch mal jannis rudolf ich war fast nur 50 euro aber ich weiß ja nicht ihr akos nur 50 euro wenn du mit 70 mal das heißt dass wenn du die version für 50 euro kostet ist das gott schon mit drin aber nur die die denn nur die version für 30 euro da muss sie noch hier den holen und wir sind auch schon mal wieder für den schritten verhalten was herrscht und die bild beschädigt doch ich gucke überall nur 40 euro für pc also nur für das vier ich habe auch noch mal geguckt denn so ja gott 50 euro ja ich habe nicht auf die idee ich habe auch ich habe ich habe es mir einfach nur geholt normalen plätschischen store und wir müssen ja es kommt gerade wieder laufen was gehen wir gucken und machst du ja auch in tagen nein wasser der gemacht kann man den enthalten abmachen muss da er drei ich kurz so als muss okay danke wo habt ihr den papageienvogel das ist kein papageienvogel das ist ein agentar bist du also den haben ihn halt nur mit mit z tage gefärbt es ist ein agentar bis eigentlich ich weiß dass da wie so papageienvogel das ist ein agentar bis ich weiß wie das geht oder dann nimmst du dir f1 oder so haben sie mit dem panache werden dann machst du den metaller es ist also auch in als arzt agentar bis es ist kein papagei aber ich würde auch gut finden wenn zeit für art auch er noch gebe aber ich war noch ein bisschen kurz auf gesicht nicht gleich mal deutsche dort den anderen er stimmt damit haben sie es ja wirklich aus dem papagei ich weiß den hab aber den hab aber ich nicht gefärbt ist das box nicht unheimlich werden ja danke ein megaton dankeschön guck mal da haben wir schon wieder einen neuen namen machen zu tun danke danke heil wir halten der heiliger von das ist so es macht einfach so wie ich dann wieder neuen namen genannt so schnell geht es doch wird auch wo ich jetzt um mich zu streiten mein gott man ihn ja weil der eine schreibt lerne mal deutsch und dann tut es halt also dann schreibt halt sie also heiliger dann dass aber dass er nicht unhöflich sein soll gegen mich bestimmt was gemein deswegen und jungen derjenige jetzt hier schreibt diese deutsch schreiben hat die fresse das ehrlich ja also danke das war aber einfach mal achte einfach mal selber auf deine rechts schreibt wenn du mal was falsch schreibst danke der schreibst du cd mit papagei floh also dieser dash mei ist ein zuschauer von mir und der hat gerade den namen bewerfen weil also den papagei gefeiert den namen welches tier magst du nicht so herr richtig nicht richtig man muss gut überlegen dodo zählten dodo ich habe auch so ob du mir sehen aber ich glaube du zählst nicht kann ich das ist das kann sein ich weiß es nicht also an mir liegt nicht möchte sagen was ich hatte ja genau 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 die auch also erzählten dodo ja okay du bist ja war trodor natürlich trodor nicht machen und richtig schlimm der trodor ist die hasse über alle 60 kommentare und 61 glaube ich weil ich kann so wissen wissen wie viele kommentare ich habe ok dodo zählt aber also ja also der schmaler dodo zählt ja nein aber es ist egal du sie scheiße also das team legt nicht kann an deine ok danke sie verteilt mich einfach richtig da ist ich war ja nicht einfach ein mega trotz feier ich war richtig ich war ich einfach nur niklas wenn du ein bildmann willst da ist platz wo ich habe ich habe kein pinsel ich muss kommentare vorlesen ich bin schlecht hier ich habe wenn ich mir kann so nehmen bei malen geht nicht weil ich immer weil ich immer oben angemeldet kriegt da muss ich kurz weil ich auf meinem schule von meinem also mein schüler schreibt der stuhl und da wollte ich mich kurz zurück muss gucken wie davor so nervig es ist auch von anstrengend die kasse zu sein ist voll anstrengend nein sie sind nicht so leicht gewesen ja für dich vielleicht für du auch einer bist und jetzt sie und jetzt ist der chat wieder eingefroren ich habe weiter habt ihr einen den die nulle hüse gefunden oder gewählt wenn sich nach ich meinst du den apd pd meint den habs noch habe ich gefunden ich weiß es war eine 4k welchen petri den der 187 gemeinsam 86 das ist meinung das ist ein hauslos den hat da irgendwie in den damit gefunden ich habe die mit level 72 gefunden ja da gibt es gefundene der beurte guckt acht wird er konnte den level up dann weiß ich es nicht aber ja dann liegt dann die europas hotels dann liegt an dir bei mir liegt nicht und dann dann kannst du da erinnern an deiner internet haben liegen und bei mir legt es auch nicht ja okay danke 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 wie heißt du ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja keine gar kein begrüder youtube möchte ich ich mache es eigentlich nur so nebenbei ich bin ich bin ja ich bin erst 14 ich weiß dass das jetzt man sich denken ich bin für 20 oder so aber ich bin 14 rings bei wieder her erwartet doch mal gleich mit übergewichtig mit schwer das sind brüder die müssen zusammenbleiben wir halten zusammen ja meine junge manu hat doch nur schnell eine panache dann gesammelt lassen doch guckt doch ins frei rein der hat genug und wenn er nicht fragt warum die petris und so nahe kreuz auf dem flügel haben das verkauft ja 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 genau ich tue ich tue die gar nicht mehr schneiden ich dessen eigentlich nur live stream sich dann online mache ich kenne dich nicht nur einen tag und feiert ich weil du mich da ist kein platz fürs breitmann desto fett für mann ist dafür aber nicht gemacht die base ist geil eigentlich nicht ich habe mal eine hardcore base gebaut aber das ist das ist eigentlich nur so eine anfänger base also die haben also ist eigentlich gar nicht gewaltt haben wir haben eine haus gebaut weil ich drei häuser die doch frei oder zwei häusern wir haben einfach hier irgendwelche häusern geklatscht und fertig häusern häusern geboren aber nur die nutzung geklatscht also ist eigentlich gar nicht gewählt ich kann richtig gewaltt aber direkt so laut ich bin ich bin nicht mehr übergewichtig ich habe mich wieder verschäumt das war ein ich bin ich bin so besser ach die farben meinst du ja geht das der verkauft er war er ist er ist richtig die kasse die farben sind gleich von der base so mal zeigen wo ihr auf der karte gebaut habt unten an der steinigen wenn sie nicht kennt hier und ich gehe mal die sonne hier ist hier unten sieben also bei der stadt inseln also wenn ihr richter wenn sie zu einem zeitpunkt nach rechts laufen dann sieht sie da irgendwie so ist hier ist die stadt insel als wir erst kalt erkennen starte gebaut dann einfach nur bis weiter nach rechts dass hier eine insel mit so einem riesen stein dann so ein kleines tor zu sagen und da haben gebaut und wenn noch einen geilen spot damit die noch einen spot haben wenn die auf mann und schon mal sind jahre ich habe die karte mit hat ja ich verstehe mehr oder sie schreibt einfach ja nicht kassen mit haken kreuz damit damit man sich flog es gibt ein sport da kann man auch richtig gut im online modus bauen das sogar direkt hier drüben ich möchte dann muss es hier sein ja ist richtig wieder raus kein problem für die die dann hier bauen wollen das ist richtig gut das wort ist eine flache stelle wir können in unserer umgebung bauen könnten dann ihr könnt ihr fluss aufwärts bauen aber das würde ich eher keine fälle der anfang will weil es da sind kannst raptor spino kano fericino ist er ich würde eher davon abraten da zu bauen und so die ich natürlich holt ich mal nein wir holen uns kein alpha t-rex hör auf mit alpha t-rex sie holt kein alpha tiere warum sagt mir sagen wir einen grund ein grund bitte oder zwei also die einkommen ein grund ja lächeln ja geil kann ich mir kurz mal deinen roten hitler der dinge ist man will jetzt in diesen händen du kannst nehmen wenn da doch hier können dann der alpha schaut das schön aus wenn ich nicht einfach rex scheiße aus ja ich bin nicht so der alpha fern auch ich auch nicht ich bin eher also ich mache ja erde eher diese normalen tiere was meinst du der eiferex ist nicht so gut weil die weil die hat also weil ach so partikel 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 im er hat partikel partikel geschrieben oder und mein partikel ich weiß was du meinst wenn man sich ein alpha holt ist es schieten und schieten ist böse wäre ja nicht so als ob niklas oder so ich habe bisher einmal geschietet und das war nur weil ich keinen bock habe also jetzt als scheiß drauf also jetzt nicht böse werden aber ich habe einmal geschieht weil ich einfach keine holzbarrikane bauen wollte und da vorne sind in die zwei rei eingerissen worden deswegen nur deswegen sonst nichts aber ich danke dass ihr mich so einfach nur so unterstützt halt einfach mit youtube ich mache es aber eigentlich nur so aus spaß einfach nur ich habe ich nur spaß drin ja und auch klaus ich tue also ich mache also ich mache eigentlich nur so aus spaß eigentlich weil ich einfach nicht weiß was im tag einfach so was irgendwie irgendwie will ich dann manchmal auch videos machen weil ich wollte immer immer videos machen aber hab da irgendwie dann irgendwie die lust dran verloren ich habe immer die lust dran verloren weil ich habe nicht wusste weil ich hab dann habe ich jetzt spiele jetzt ist dann will ich da eigentlich machen dann dachte ich auch das scheiße deswegen kannst du mal mit und da die er warum sollten kann die reiten okay mach ich mal warum das ist ein ganzes ziel man kann so drauf ja es hat karten und zuschauer bekommen dass das wird auch dass man drauf reiten soll darf ich mal kämpft jetzt gegen den boss nein wir kämpfen nicht gegen den boss hat doch auf man wir haben bisher was einen tag alt mit dem mit dem jetzt zwei weil jetzt schon 05 5 ist es wird fast 1 uhr zwei tage ist zwei tage ich habe mehr eine tage soll es war denn der andere so halbzeit mit gezielt ein tage ist aber denkst du wir gehen sofort das bosse nein natürlich das ist das ist das ist kaputt das ist eine letzte schnellste oder faste schmerzt hier ganz arg der kann ich muss ich glaube der ist der schnellste tier glaube ich weiß es gar nicht mehr aber ich glaube ja es sieht aus wie ein hund guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal das ist ja aus wie so ein hund was hier das linke das linke das linke sind links unten nein die machen keine bosse ich bin ich als du der wo auf bosse gewähren sind nur so gemacht aus spaß aber ich bin nicht so der bosse liegt ich bin eher der halt nur normal spielt sich hochbaut und dann hat einfach dann halt einfach nur auch anderen läuft mit anderen leuten hilft ich helfe anderen leuten ich habe das mal eingespeichert als emoji wir machen keine bosse der boss geht immer mit einem rex ein kanu wir machen aber keine bosse hört doch auf mit bossen wissen ich mag keine kopfbosse jetzt ich will mich einfach nur aufbauen keine poste machen auch wenn man erst mal ende jahre ich danke jetzt war eine zuschauer und wisst ihr ob man sich bilder also so eine bilder hier herunterladen kann ich schreibe ich schreibe es dann war mir bei mir enttäuscht ihr habt ihr gerade gehört bei kaufsflug und du sollst mir gerne wissen weil also schreibt einigen tagen wer dafür ist dass kaufsflug picasso ist schreibt mal in die kommentare ich habe einfach nur die kommentare hashtag der kaufsflug picasso der wo dafür ist dass kaufsflug picasso ist er sollst du mal schreiben kaufsflug picasso ja oder 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 auch hätte kaufsflug picasso genau ist auch erlaubt ich dachte ich dachte weil ich gar nicht dass das jetzt schon so eskaliert eigentlich dachte ich gar nicht dass er so gut wird aber mir ist nichts los ich schreibe herrschte kaufsflug picasso mit ich feiere ich einfach ist also richtig ich freue mich einfach mal du musst den pinsel nehmen dagegen und rückst du einmal da was wie das geht ich meine ich muss jetzt gehst du rüber er hat immer an die plakaten kaufsflug picasso mit 6 alles klar dass man übertreiblich mal kurz mal kurz mal kurz mit l3 kannst du das vergrößern die schrift und mit l2 kannst du mal also gedrückt hat ein flot wird sicherlich wissen was das meine von herrscher geschrieben hat willst du wissen hast der kaufsflug picasso mit haken kreuz mit dem haken kreuz die bilder kann man über das dick mit pc runterladen ja ich weiß nicht dass ich dann kommen kann man das muss irgendwie anders gehen weil ich habe ich habe zuerst mal ein youtuber gesehen damit der die jungen bild untergeladen hat aber nicht mit dem stick das weiß ich muss irgendwie anders gehen darf ich picasso sein mit l3 linker deutlich also kannst was mein anfänger kannst du meinen youtube kanal pushen warum sollte ich also auch wenn sie scheiße weil ich ich bin ich bin gleich da ist er noch ein kleiner youtuber für mich du bist du spielst mit elf jahren kinderart da ich mich nicht karslo bis karsos 14 oder 13 glaube ich mir also von der elchere kieser mein gott wie er wie er wie durch noch mal so jetzt hier sogar noch ein bruder der sonst 16 aber meine idee habe ich war ich tue mal ich tue mal wenn er mit einer 16 jahren ja danke du dummer fetter holen so ein kleines schatz in der sucht die meisten mit mich oder und dann kannst du da durchs auf die farbe rauf und dann drückst du auf dein geil kann man auch wie kann man malen mit l2 gedrückt ja ich kann nicht mit l3 kannst du größer und ja ich bin nicht fertig scheiße ich brauche rote farbe scheiße ich habe rot und wenn du kannst es einfach so stehen dass du gleich weitermalen es geht ist einfach kreis einfach kreis und hier daraus das bleibt ja so einfach gleich weiter an mann und die farbe ist auch wenn ich kann ich komparevoll ist der ist safe 12 bis 8 jahre alt wäre ich oder wie nein wenn ihr mich zuerst so gleich ich bin als gaming jetzt in den kanal ja ist eine kanal x sowie der psv heißt nur gibt einfach mal ich von stemming ist dann wenn ich eingebettet 22 23 auf du magst ihr ist auch nicht wenn man dich vielleicht oder in der sucht siege an alle melden in der sucht sie ich mache es nicht aber nicht so wie ich habe bis vier hast du lappen sagt doch einfach x4 h h a n d s g a m i n g x ist auch mehr zeichen dabei ja zwischen zwischen hand also zwischen hands also zwischen dem es von hands und gaming ist ein sehr zeichen aber sonst also zwischen das s und das geschenk es ist ja ich sage wenn ich gerade kommt habe ich vorlesen kann aber ich lese den vor ein freund ist zwischen acht und fünf jahre alt generiert den typ einfach und wir sagen danke ein megatron dankeschön was wäre wie viel 32 alles klar war mir immer noch von fans angezeigt sonst angezeigt weiß wenn ich so viel habe die springen schütter voll ich will gerade noch picasso machen du hast gerade ziegel rot ist kein richtiges gut ist doch egal es ist nur ein killer hause ja hei was mega tron bevor du was ja hei mega tron bevor ich in der res melden wenn du den stream nicht magst gehe ich mag seinen lives dich halt dich haltet keiner auf wenn ihr irgendwas zu klären habt dann bitte woanders aber nicht hier bitte nicht im stream wir wollen hier nur nette kommentare haben ja jetzt nicht so beleidigen aber also ihr könnt schon hier aber jetzt nicht so handgreifen also nicht so richtig krasse dinge machen jetzt nicht so richtig krass werden normal bleiben dann hat 15 zuschauer ein meister ist fertig ein killer bunny naja so klebe ich sehe ich auch trotzdem ja wenn es dir nicht gefällt geht dankeschön dank er hat das nämlich so richtig verteidigt ist das richtig gute leute alter nicht so haben wir mal hört ihr mal auf so richtig hardcore euch zu beleidigen macht es woanders bitte ja dann lösche ich aber das andere dann lösche ich das mal eben so auch wenn ich jetzt kurz nichts machen ich guck gerade kurz noch mal vom handy 333 schon wenn jetzt wenn ihr euch jetzt weiter beleidigt werde ich euch jetzt für eine halbe stunde sonst bleibt im chat es kann sich nicht weg mal was zeigt mal die base ok 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 bei quali base schrei also auch wenn ich jetzt also erstmal bitte gucken ob er sich schreibt dieser gar nicht groß im holzhaus habe also ist eigentlich mein haus und holzhaus das war das erste haus das ist schon also keine werkwagen alles drin eigentlich nur bett was hat man schüssel kisten kochtopfe farbe dann in das ist eigentlich mein haus und dann hätten wir zu sagen das haupt ich werde ich werde es uns gleich wirklich machen wenn jetzt hier ich hier weiter streiten bei der halbe stunde jetzt aus dem chat also das ist also das ist das ist das hier ist jetzt chaos das haus oder auch das haupt haus oder schmelzofen und ich habe kurz kommentare vorlesen jetzt wird auch so ein bisschen schreiben allerdings so müssen einmal danke heim megatron ist aber nur du bist aber richtig 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 gut danke ich weiß immer noch weil er dumm ist ok wohnen war also wohnen will das hängt macht macht 11 k 11 gegen sieben erst mal fast gewinnen machen acht kills und ja dann kann man weiter reden gemacht erstmal ist also dann kommt was sie was zu beleidigen nur ich versuche euch zu verteidigen ja danke weil willst du wissen dass er dumm ist ich weiß es cool spielt hier mit pvp ja machen die aber es kommt da keiner drauf achten zuschauer dankeschön jetzt hört mal auf also ich bin jetzt gleich ich möchte jetzt gleich so der typ das ist das ist mal glaube ich gemacht ich hatte mal alles noch mal kann da jetzt reicht es nervt ich bin kennt ihr euch doch alles ehrlich kommt er mit hollazen von hohen kommt ja alle abonniere kaufen aber nicht macht einfach band ihn macht es macht es hör auf zu beleidigen weil ich ja dann einfach mal auf wenn ihr denn ziemlich gucken wollt dann hört man geht einfach raus jetzt ehrlich du lass es wenn er jetzt nicht hier beleidigungen schreibt der mädlichen und dann wenn jetzt und einer wie er sieht ich will auch mal an den normalen zuschauer sind einig bisher gerade nur heil also hat megatron der schweiner ffiroli rex rexperts wenn ihr einfach den spiel abbrechen ne wirklich nicht hi to player du verschwinden die nachrichten um weil ich die typen gerade die ganze zeit macht erst mal machen es mal selber besser besser kommt auch mehr hätten wo das text wollen wollen ich 25 kommen ja ich gehe auf die schweiner für den für das ding für die ich auch mit youtube ich habe keine los mal bei mir guckt keiner zu mein live stream freude hat der fast 90 aufrufe ich hab auf ich bin gar kein juli ich bin zu viertel österreich hier lappen alter halsholz maul 334 zuschauer danke endlich hört nochmal auf dann macht es besser im live stream ehrlich ich mache normal ist so ich habe nie anders lassen wie heißt sein youtube kanal sowie ja so wie er hier hat ja das sind dessen die ganze youtube kanal jeder er schreibt dank der kommentare danke woher willst du wissen dass er fett ist annalena bitte nichts beim zuerst bleiben dann stellen danke nice die musik ist im hintergrund hast du das ist eigentlich die ganz normale musik ich habe die einfach nur so random aus ich habe ein bisschen handy musik reingenommen wo ich auf wenn die habe ein bisschen anderen ding ich habe ich weiß es doch ich ließe es doch hier schreibt eine nicole hennstein namen jetzt bin ich bin ich dann ja geil ich mache könnte weil das sind schon drin du nicole hennstein mal bitte kurz moderatoren in der leistung war damit ich die typen auch hier raus bauen kann wie geht es im moderator machen wie geht es ja ich weiß es auch nicht dann guckt ja mal wieder ich hab kein bock ich hab mir gerade oben hingeschrieben ich heiße hier ich habe ich weiß auf den das ist richtig geiles youtube profil bitte sie sich auch gerade erst mal ja ja kannst du für mich ich kann keine machen weil ich äh ach so ey warum geht er nicht gerade auf mich mit ganz normaler art spielern schlingt normaler art spieler ich will einfach nur das zeigen hat es ist genau solche hast du hast wenn du mal aufhören damit bei mir haben ob der 21 konnte die erlernen ist eigentlich warum tut er nicht einfach zu beleidigen warum eigentlich schreibt mal bitte man hört doch auf wenn ihr wenn ihr einfach nur die ganze beleidigen würde dann verpisst dich jetzt machen könnte macht lieber besser dann können wir jetzt auch beleidigen mein gott wie soll man sich aussprechen nehmen wir alleine aus den stream bei mir reingekommen ist 3 die sitze äh ja kommt wo wolf tanks kommen auf heute spieler text von wohnen macht es ruhig mit ich bin ich 25 gegen dich mit mal machen wir mal tiger tiger einzugehen ich gewinne ihr wisst ihr wahnsinn schön beleidigen können und dann in real nein das ist eigentlich in real der 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 sorry für die wortwahl gerade das mit denen das wollte ich gerade nicht sagen ich wollte einfach nicht sagen wenn du es so nimmst ich auch nicht dafür ich werde ich auch nicht ich war ich immer noch mehr heilige tron ich könnte mal aufhören noch zu beleidigen erst mal besser selber besser machen da kenne beleidigen und wenn deshalb nicht reicht dann geht auch raus ich bin jetzt so mit was ich tue einfach nur das spiel übertragen machen ich mache nur live streams ganz normal und hör auf ihn und schreiben ja auch erst mal das und danke für die ab und in der in der zucht in der sucht ziege erstmal du mache es mal selber ein leichter so gut jetzt abonniert habt verrate ich euch damit ich mir heute eine gasmaske gekauft hab halt einfach dein maul in die sucht ziege danke jonas infang und mal und auch geil da noch ich freue ich freue ich einfach nur alle sp wie soll man denn wie soll man dich aussprechen weil das ist ein kurzer spiel 2004 ja ich ja ich habe mein kraft aber habe glaube ich nicht mehr auf die also ich habe zwar pc aber ich glaube ich habe kein bock auf mein kraft ich habe ich habe wenn du auch mein kanal ganz am anfang guckst ich habe auch ganz am anfang auch mein kraft videos gemacht aber davon nur 2 also mein kraft werde ich nicht anfangen jetzt gehen was du niklas aussetzen davon und mann nicht getan was dazu einzelne halbe stunde machen wir mann geht ja das stimmt alle gegen ist man gegen das und leistung rein und die für die für also jetzt erstmal nochmal nochmal jetzt zeig ich mal kurz und gleich schon was tut erst also ich werde jetzt vielleicht für gtl gegen aber ich weiß nicht weil args ich mache gar nichts mehr aber vielleicht gehe ich auch mit dem stream vielleicht werde ich nicht mal gucken hast du nicht gesagt du gehst jetzt ich habe nicht hier auch so können hallo alles anbogen grüßt raus dummer huernsohn also ehrlich in der sucht sich hörst du mal auf was macht also geht solch ich reagiere nicht mehr drauf ihr könnt ruhig schreiben dass ihr wollt reagieren nicht mehr drauf also tobias hat geschrieben geht der fünf jahr ja nur einer geschrieben war bei mir im stream ist gerade alles ruhig ich habe doch schon ich habe fast 133 ich habe das ist drei über 360 kommentare ich schreibe halt nach vier mal herrschten marken fickt den jetzt auch ja weil als einer aufer fix du den feld über die menschen kann ich lernen erst mal deutsch dann ja schaut doch einfach und hört auf das landet alles eh auf youtube ne ja okay mach ich die folge ebenso ebenso eine gute frage wohnt und jemand in der nähe von berlin oder in berlin danke mein gott könnte haben aufhängt mich hierzu zu also ich würde es machen einfach nur aufhängig zu beleidigen ja am besten ignorieren das auch an danke das nämlich sogar gut verteidigt oder einfach so einfach nur verteidigt da kann es euch machen alexandro kreighton schreibt kannst du mich grüßen bei dir ja ich habe ja ich habe ja ich habe ich habe alles grüße noch mal grüße gehen raus an dich alexandre hatte ich abonniert ich muss drunter weil ich guck auch gerade in deinem lichtschirm ab und zu machen die bayern legoland deutschland wahrscheinlich aber ich hab mal hitler ja geil ich mach mal hier die war es so schlimm ja ein moment das und ich brauche ich mache ich mache für diejenigen die es kein bock haben auf die beleidigungen sind kommt das noch bei mir im leistung rein weil da sind es gerade keinen also ihr müsst nicht aber wenn ihr wollt ist eure entscheidung und auch einfach nur ich grüße ich grüße deine ich ignoriere jetzt ein paar treten direkt kommentare du lachen ehrlich machen wir selber besser selber was zu machen dann ist beleidigen kann es selber nicht besser du bist du bist du bist du bist du bist du bist schon teils zu einem fetter jude oder was wenn man durch das schreibt und selbst ich habe den begraben wieder gefunden ich habe lieber wieder gewonnen ich habe lieber wieder gewonnen das ist wer wieder brauchst du bist du in berlin das weiß ich auch eine stunde der war im touristen zu sehen aber die sache ist umso weniger leben er hat umso schneller wird er betäubt ja wir haben ja wir zählen wie war mag er nämlich bis 4 äh du ja mich weil der namen ist ein bisschen schwer der namen ist ziemlich schwer nur red einfach neben in der sucht sehen und seinen namen müsste ein pfeil geben und da klicks drauf und dann kann es kanal sperren also ist noch mal kurz war die für alle die jetzt hier kam und ist hier einfach eine fa schicken aber wenn ich mich gerade ein bisschen zu lang war ja was warum ist sie ähm ob ich den petri krieg weil ich vor allem habe ich einfach die habt ihr keine abos zeitlich hier bei der besten damit sich noch den petri habe ich nicht verpassen das müssen so senden so schon blockiert krassen brauchen wir den paar sonst noch danke immer mit dem kann zu machen ich wurde münchen ich wohnen in baden-württemberg bei der in gewohnt näher heidelberg für den wettbewerb wohnen heidelberg wo nicht ich bin glaube ich so eine halbe stunde von stuttgart entfernt ernsthaft auch hier mache ich kurz wir haben mit zeigst du kannst auch gut anhalten wenn du willst bei mir steht man für die name in der beschreibung bei nikola vergessen die gerät sie einfach das bringt nichts mehr das sind einmal so kleine kiddies die einfach nur selber nichts machen also eigentlich niklas niklas ich weiß wie es geht einmal es gaben dann auch übertragung und dann auch einstellen und da war da waren wir auch einstellung da muss ich vielleicht könnte es glaube ich ein moderator gehen andre sander als servus danke ja danke 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 ja ja ich reagiere auf solche nicht ist mir egal ich rede ich ich reagiere auf solche scheiß kommentare wo mich welche bleiben das ist mir egal ist es tut mich aber da bin ich raus ehrlich das bringt das bringt eh nix weil es ganz zu beleidigen ich bin eh nix wenn ich bin morgen erst wieder zu hause da können ja klar kein problem kann man machen ich habe ich aber nicht auch mal ich habe ich aber nicht auch mal ich habe ich aber nicht auch mal so 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 hi jan jacobs in der sucht ziege es bringt nichts länger zu schreiben weil du bist eh selbst zu einer der bestimmt so genau das genau so aussieht oh mein gott ich ignoriere die ohne dass man alle die also jetzt auch an alle wie findet eigentlich mein big killer bunny hier ich habe mal falsch angemacht mit falschen wo doch es den killer ist es das ist das ist mein lokaler server also ihr müssten also beschreibt also tut mir eine fa senden dann könnt ihr mitspielen wenn die volt der fa senden erst dann ja ähm man kann arg einfach nur im playstation store kaufen für wenn ihr die wenn ihr die weiterungsvorstellungen haben wollt für 50 euro wenn ihr ohne wollt 30 euro danke halt megatron halt an der auer halt dein maul mit müller spaß die ehrlich selber einer wie wie ich jetzt in real life heißt oder normal ist hier schon wie läuft das habe ich erst gleich mit dem schreibt niklas ja ok leute die alle die neu sind ignorierten typen bitte warum fragst du ja recht gut warum fragst du also ich habe nur kurz was und ja so ist ja hier kein dino ist richtig gut gewünscht oh also ehrlich halt dein ich bin jetzt noch ja wie du kannst mitspielen nicht den alexander ja klar ich generieren bin ich aber ich gehe auch kurz auf glaube ich habe ich die wetter schreien habe ich schon gemacht eigentlich ich habe du warst ja du immer ja danke kam ich natürlich kann man mit spielen muss man auf a senden ich habe jetzt die ganze zeit eingebendet ihr müsst mir nur diesen namen in ps4 aber bei freunden angeben dann müssen wir suchen dann auf a senden fertig hä was ooo honey oh ja 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 Vielen Dank.